Tagebuch, Ostfront, Heeresgruppe Süd, Mai 1943 Ich liege im Behelfslazarett und bin so geschwächt, dass ich kaum aufstehen kann. Uns hat hier doch die Ruhe erwischt. Wir wissen nicht genau wo es herkommt, aber ich gehe davon aus, dass hier das Trinkwasser irgendwie verunreinigt war. Die Ärzte können uns hier auch nur notdürftig versorgen. Wir sollen in Kürze ins Hinterland in ein größeres Lazarett verlegt werden. Aus meiner Besatzung hat es doch drei Mann erwischt und allen geht es wirklich schlecht. Funke und Kommandant haben wohl einen Saumagen oder trinken viel Schnaps um die Bakterien zu bekämpfen. Die Bauchschmerzen waren wirklich schlimm aber langsam geht es etwas besser. Aber 10 bis 15 Mal am Tag auf die Toilette schwächt einen noch sehr. Dann wird auch versucht alles reinlich zu halten aber hier in diesem kleinen Ort gelingt das nicht immer. Nach ein paar Tagen werden wir mit Tragen auf einen Sann LKW verladen und sollen die nächste große Stadt gebracht werden. Also bis Stalino soll es gehen, aber die Stadt ist auch nur noch zur Hälfte in einem Stück. Wir rumpeln los und die Fahrt wird zu einem Albtraum. Die Straßen sind natürlich schlecht und in unserem Zustand ist es sowieso eine Tortur in einem schaukelnden Fahrzeug zu liegen. Wir versuchen es auszuhalten aber alle 30 Minuten klopft der Sanitäter vorne ans Führerhaus und wir können mit Ach und Krach aus dem LKW klettern und uns in den Straßengraben hocken. Es stinkt, es ist schmerzhaft und der ganze Unterbereich ist schon wund und brennt. Dazu haben wir die Läuse, es ist einfach furchtbar. Die Fahrt wird immer schlimmer und beim siebten Mal anhalten falle ich fast schon von der Ladefläche weil ich mich kaum noch auf den Beinen halten kann. Es sind fast 100 Kilometer die wir fahren müssen, denn es kommt mir vor als ob wir 20 Stunden unterwegs wären. Am Abend kommen wir endlich im großen Lazarett an und werden gesondert in einem Bereich für Erkrankte mit Durchfall gebracht. Dort sind schon große Waschtröge für uns aufgestellt und hier werden wir auch sofort unsere Uniformen los. Dann geht es in die Tröge und wir werden von den Helfern dort, auch einige Russen dabei, ordentlich abgeseift. Das Wasser ist sogar lauwarm. Auch wenn es einem wirklich schlecht geht, freut man sich doch über solch ein Bad. Danach ordentlich Entlausungspuder auf den Körper, der Hinterausgang wird mit viel Wundsalbe bedacht und mit frischen Schlafanzügen kommen wir an einen Flügel des Gebäudes, wo auch scheinbar mehr Toiletten sind als anderswo. Eine robuste Schwester erklärt uns lautstark die Regeln beim Abort und die Hygienevorschriften, damit wir uns nun auch langsam von den Durchfallbakterien befreien. Ein kleiner Licht blickt, es gibt viel Vitamine und oft starke Brühe um dem Körper etwas Kraft zu geben. Nach weiteren 4 Tagen dort fühle ich mich langsam besser und der Toilettengang wird auch etwas weniger. Ich lese viel und schreibe ein paar Briefe in die Heimat. Auch bringe ich wieder meine Erlebnisse der letzten Wochen zu Papier, die Zeit vergeht so schnell und ich will mir alles notieren was wichtig ist. Wir sind acht Mann im Zimmer und die meisten sind aus meiner Einheit. Auch ein paar Luftwaffen Soldaten sind dabei, Bodenpersonal von einem Fliegerhorst in der Nähe. Die haben auch Verdacht auf die Ruhe aber in dem Gespräch erfahren wir das die Schnaps gebraut haben und da war wohl irgendwas nicht so richtig in Ordnung. Naja wir erzählen es eh keinem. Ein älterer Unteroffizier, der Luftwaffen Flak hat ein kleines Schachspiel dabei und wir nutzen die Zeit um ein paar Runden zu spielen. Er erzählt viel von seinen Erlebnissen und was man so mit den roten Fliegern und auch mit den eigenen Piloten erlebt. Ein Angriff vor ein paar Wochen, er war auf der zwei Zentimeter als Geschützführer und die haben da den russischen Schlachtfliegern ordentlich eingeschenkt. Er erzählt, dass die eine ordentliche dicke Haut hätten, aber auch da gibt es Stellen, wo so ein Flugzeug einen Treffer nicht gut verkraftet. An dem Tag griffen vier Maschinen den Flugplatz an. Eine wurde schon früh abgeschossen und eine weitere drehte etwas später qualmend ab. Die beiden letzten wollten es wohl wissen und die Flak auf Halbkette, also drei an der Zahl, schickten die Flakgeschosse gegen den Feind. Scheinbar ohne Wirkung. Dann zog die eine Maschine hoch und man sah eine Rauchspur. In der Regel suchen die Russen dann das Weite, der hier aber nicht. Er flog wieder an und bekam ordentliche Treffer ab. Trotzdem zog er nicht hoch und als er schon brannte, lenkte der Russe sein Flugzeug voll in das Geschütz eines Kameraden hinein. Eine große Explosion. Das Flugzeug in tausend Teile und das komplette Geschütz zerstört. Das hat keiner überlebt. Als der Angriff vorbei war, versuchte man noch zu helfen, aber die Wucht und die Detonation beim Aufschlag hat alles zerrissen. Da stürzen sich die Russen in den Tod. Hauptsache der Feind stirbt auch. Nun war ich an der Reihe und erzählte auch ein paar Erlebnisse mit den Russenpanzern. Da habe ich schon so manches Mal gedacht, was wohl in den Rotarmisten vorgeht. Aber bis jetzt hat mich noch kein Feindpanzer gerammt, um uns zu zerstören. So dicht lassen wir die eben nicht heran. Wir sprachen über Partisanen und meine Erlebnisse im Wald mit der Frau, die sich nicht ergeben wollte. Ja, da hatte er auch so eine Geschichte. Die waren auf einer Fahrt zu einem anderen Fliegerhorst und sollten mit drei Halbketten und zwei Munitionslkw die Strecke eigentlich durch gesichertes Gebiet zurücklegen. Der vorne fahrende Kübel löste eine Sprengladung aus und auch hinter der Kolonne fielen Bäume auf die Straße. Der Wald war sehr licht und die Fahrzeuge stoben auseinander und versuchten von dem Hauptweg weg durch das Gehölz in Deckung zu kommen. Dann brach von allen Seiten Infanteriefeuer über sie herein. Der Zugführer ein junger Leutnant sprang vom Fahrzeug und legte Feuersektoren fest. Dann haben die Kanoniere begonnen mit Flak-Munition auf die Mündungsfeuer der Angreifer zu schießen. Das hält kein Gegner lange durch und nach einer halben Stunde war der Kampf vorbei. Doch dem Herrn Leutnant war das nicht genug. Eine zwei Zentimeter wurde nochmal aufmunitioniert und setzte den restlichen flüchtenden Partisanen nach. Mein Schachkamerad war mit seiner Halbkette dabei. Die Partisanen schafften es bis zu einem kleinen Dorf und verschanzten sich dort. Aus einer guten Stellung heraus wurden die Häuser unter Feuer genommen. Die armseligen Hütten boten wenig Schutz und die Flakgeschosse taten nie übriges. Auch hier wurden die Partisanen vernichtend geschlagen. Später gingen die Luftwaffensoldaten nachschauen, ob sich dort noch etwas bewegte. Was die Einheit nicht wusste war, dass die Bauernfamilien auch noch in den Häusern waren. Männer, Frauen und Kinder waren entweder verbrannt oder durch die Wucht der Munition in Stücke gerissen. Grausame Bilder die sich in den Kopf brannten. Es schien ihm nicht so leicht zu fallen das zu erzählen. Er war selber Vater. Die Partisanen nutzen auch gerne die Zivilbevölkerung als Schutzschild. Schmutziges Thema. Mittlerweile waren wir schon zehn Tage hier und mir ging es schon wieder ganz gut. Wir wurden alle drei Tage ordentlich abgeschrubbt und gepudert und durch die gute Verpflegung kamen wir recht schnell wieder zu Kräften. Draußen stiegen die Temperaturen und der Mai war angebrochen. Der Schlamm schien langsam zu verschwinden und scheinbar rollte auch der Nachschub wieder an die Front. Die Lage ist trotz allem recht stabil. Man hörte nur von kleinen Gefechten und der Russe muss sich wohl von den Schlägen in den letzten Monaten noch erholen. Wir können hier die Frontzeitung lesen und scheinbar wird an der ganzen Ostfront schon die nächste große Offensive vorbereitet. Da wird mit dem trockenen Boden und mit genug Einheiten endlich wieder vorwärts gerollt. Es dauert nicht mehr lange und wir sind schon zwei Jahre hier beim Russen. Diesen Sommer sollten wir den Bären endlich zu Boden ringen. Ich glaube ja wenn man Moskau einnimmt dann streckt der Ivan die Waffen. Ohne seine Hauptstadt wird das nichts mehr. Mein Gegenüber und ich sprechen darüber und erinnert mich an Napoleon und die Einnahme von Moskau. Ich gebe ihm recht, aber das waren auch noch andere Zeiten. Jetzt kann man auch so eine Stadt einnehmen und halten, wenn denn die Versorgungswege offen bleiben. Naja jeder hat da seine eigene Meinung zu, aber eigentlich sind alle guten Mutes, dass wir hier bald eine Entscheidung herbeiführen werden. Nur ein Unteroffizier in unserem Zimmer scheint nicht so recht an den finalen Schlag zu glauben. Eine Welle des Unverständnisses brandet gegen seine Meinung. Er sagt es doch irgendwie durch die Blume, aber man hört den Zweifel heraus. Er solle doch den Mund halten, wird ihm durchs Zimmer zugerufen, wenn er an den Erfolg der Truppen im Osten zweifelt. Schlau genug scheint er zu sein, denn er hält sich jetzt mit seiner Meinung zurück. Als wir schon etwas mehr herumlaufen dürfen suche ich abseits das Gespräch mit ihm. Ich verspreche, dass ich seine Meinung für mich behalten werde und da er auch ein Nordlicht ist, vertraut er mir. Er beleuchtet das Kriegsgeschehen mal anders. Polen ging fix. Frankreich war kein Problem. Russland klappt nicht so schnell wie erwartet. Der Ami mischt noch nicht so richtig mit, aber der Russe wird uns mit seinen Möglichkeiten an Mensch und Material vernichten. Ich kann nicht glauben, was er mir da sagen will. Aber er meint, ich sollte doch mal nachdenken. Wie viele Kameraden wir schon verloren haben? Wie viele Panzer und Flugzeuge wir schon am Feind gelassen haben? Sicherlich ist der Russe auch schwer getroffen, aber dem scheint es ja nicht an Menschen zu mangeln. Und auch immer wieder Panzer, immer wieder Artillerie, immer wieder Flugzeuge und nun auch Ami-Panzer. Dann die Luftangriffe auf dem deutschen Reichsgebiet. Dann Stalingrad. Mensch Rudolf wach auf sagt er beschwörend. Wenn wir diesen Sommer den Russen nicht schlagen können, dann überrollen uns die Roten. Das macht mich nachdenklich, aber ich will diese Gedanken eigentlich nicht haben. Wir werden hier im Osten die Entscheidung finden und dann geht es in die Heimat. Das ist was ich glaube. Nach weiteren Tagen der Erholung sind wir wieder voller Tatendrang und ich hoffe, dass ich bald zur Truppe zurück kann. Genesungsurlaub gibt es nicht, dafür geht es uns zu gut. Ein paar Tage später werde ich mit zwei Kameraden entlassen und wir suchen uns einen Transport zurück zu unserer Einheit. Einen Teil können wir mit einem Zug fahren und die restlichen 50 Kilometer versuchen wir dann mit einem LKW oder was auch immer wir finden vorwärts zu kommen. Es gestaltet sich doch sehr zäh das Vorankommen, vor allen Dingen weil wir zu dritt unterwegs sind. Ich denke für den Rest des Weges teilen wir uns auf und versuchen unser Glück alleine. Egon und Günther versuchen es bei den Pionieren. Ich suche mir bei den Aufklärern ein Plätzchen zum Mitfahren. Tatsächlich klappt es und am Abend bin ich wieder bei meiner Kompanie. Ich melde mich beim Spieß zurück und gehe dann zu meinem Kommandanten. Ich stehe an seinem Quartier und klopfe. Ein gedämpftes Herein ertönt. Ich öffne die Tür und bekomme einen Schreck. Der junge dynamische Oberfinrich sieht gar nicht gut aus. Das halbe rechte Ohr ist weg und eine dicke Wunde mit Fäden zusammengenäht zieht sich über sein halbes Gesicht. Er erklärt mir, dass er gerade den Verband abgenommen hat und es schlimmer aussieht, als es wirklich ist. Schon bekomme ich Angst, ob die Rosinante noch in einem Stück ist, sage aber nichts. Er setzt sich hin, schenkt mir ein Glas Wein ein und erzählt von seiner Verwundung. Sie hatten ein paar Besatzungen zusammengewürfelt und waren einen begrenzten Vorstoß gegen russische Infanterie und Panzerbüchsen gefahren. Alles lief gut und als der Kampf abflaute, schaute er mit dem Fernlass aus dem Turmlug. Ein Panzerbüchsengeschoss schlug am oberen Rand der Kommandantenkuppel ein und die Splitter oder Teile vom Geschoss rissen die Wange tief auf und ein Teil des Ohres ab. Der Arzt meinte, er hat viel Glück gehabt. Ein Zentimeter weiter und der Schädel wäre durchschlagen worden. So hat es nur das Schiffchen und sein Gesicht erwischt. Heilt alles wieder, aber eine große Narbe wird wohl bleiben. Er erklärt mir, dass die Brüder seiner Studentenverbindung sich immerseits auf die Wunden im Gesicht gerieben hätten, damit der Schmiss nachher auch vorzeigbar war. Er wurde beim Fechten nie im Gesicht getroffen, aber eine große Narbe hat er jetzt auch. Er versuchte zu lächeln, aber man sah, dass es ihm doch sehr weh tat. Ich erzählte vom Lazarett und dass ich nun wieder gut dabei wäre. Es kann jetzt wieder losgehen, meinte ich noch. Es scheint so, dass er sich freut, dass ich wieder da bin. In den nächsten Tagen sollen wir eine Pioniereinheit unterstützen. Minengassen würden geräumt werden und ein Flussübergang soll wieder aufgebaut werden. Wir würden dann als Sicherung dabei sein. Das klingt ja ganz gut. Ich melde mich also ab und gehe zu meinem Quartier. Die alten Kameraden freuen sich über meine Rückkehr und ich war froh, dass sich die Reihen hier auch nicht weiter gelichtet hatten. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd Mai 1943. Endlich wieder bei den Kameraden und den normalen Alltag erleben. Die Zeit im Lazarett hat auch was für sich. Man kann mal wirklich ruhen und sich um die eigenen Belange kümmern. Ich muss trotzdem noch oft an den Unteroffizier aus dem Lazarett denken und seine Sichtweise der Dinge. Ich habe viel darüber nachgedacht und ich denke er hat schon in einigen Dingen nicht unrecht. Aber trotzdem bin ich weiterhin der Meinung, dass wir siegen werden, siegen müssen. Aber was wäre, wenn der Russe uns schlägt? Wenn wir uns immer weiter zurückziehen müssten? Nein, unsere Technik ist dem Ivan weit überlegen und irgendwann geht ihm auch die Luft aus. Wir haben viel zu tun diese Tage und es wird von Tag zu Tag wärmer. Die Zugführer lassen uns wissen, dass wir nicht zum Spaß hier sind. Die Straßen sind mittlerweile getrocknet und danach schon brollt. Täglich kommen Lkw mit Ersatzteilen an und die Verpflegung wird merklich besser. Die Kampftätigkeiten werden auch wieder intensiver, doch es geht nicht so recht Richtung Osten. Befestigte Punkte werden ausgebaut und Stellung verbessert. Lokale Unternehmungen, um den Russen hier und da von einigen Punkten zu vertreiben, laufen an und es scheint sich alles auf einen großen Schlag im nächsten Monat vorzubereiten. Es kommen auch wieder neue Panzer. Wenige Panzer 4, dafür die verlässlichen Dreier. Es ist an den Zugführern die Kampfgruppen entsprechend so aufzustellen, dass die Waffenwirkung und Bewegung eine gute Kombination findet. Wir machen uns fertig für einen begrenzten Angriff auf einen russischen Vorposten, den wir vertreiben sollen. Dann ziehen die Pioniere nach und sollen ein gut markiertes Mienenfeld räumen. Das würden wir dann durchfahren und an einem Punkt einen Panzergraben einebnen und vor einem Flussübergang in Stellung gehen, bis dann die Ablösung kommt. Das klingt nach viel Ärger, aber wenn alles gut zusammenspielt sollte es klappen. Die Luftwaffe ist mit dabei und wir nehmen einen Offizier der Flieger mit, der die Luftangriffe koordinieren soll. Also wie ein VB der Artillerie, nur steht der hier mit den Luftwaffen Leuten in Funkkontakt. Diesmal haben wir 6 Panzer, 4 SPW und 2 Flak auf Halbkette dabei, noch einen Kübel und ein paar Kratzschützen. Die Pioniere kommen nochmal dazu und das ist schon ein großer Angriffsverband den wir da haben. Es geht Richtung Osten und die Russen sitzen wohl auf einer Anhöhe die es zu erobern galt. In den frühen Morgenstunden geht es los. Der Oberfinrich trägt noch seinen Verband aber er meint, dass es schon ganz gut verheilt ist. Wir rollen los und fahren mit den Panzern in der Mitte der Kolonne. Wir passieren unseren Vorposten und die Offiziere lassen sich in die Lage vor der eigenen Linie aus erster Hand einweisen. Soll hier ganz ruhig sein und in zwei Kilometern kommt wohl dann erst der erste Ivan im Schützenloch. Also die Panzer nach vorne und wir rollen weiter. Die Luken sind noch offen und wir warten mal ab was passiert. Wir sind sicherlich schon mehr als zwei Kilometer gefahren, da setzt leichtes Infanteriefeuer ein. Wir machen die Luken zu und rollen unbeirrt weiter. Die Panzer 3 rücken auf der Flanke auf und wir schieben uns im Breitkeil vorwärts. Nun schlagen auch MG Kugeln gegen die Panzerung und ich warte auf Ziele. Vereinzelt schießen die SPW mit den MG auf vermutete Stellung, wir haben aber noch keine Ziele ausgemacht. Dann wird gehalten, Zielansprache, Schützenloch, Sprenggranate, Feuer nachgeladen und beim zweiten Schuss wirbeln MG Teile und sicherlich auch feindliche Soldaten durch den Explosionsblitz. Die Feuerverteilung ist gut und der dünne Schleier aus Russeninfanterie ist ohne eigene Verluste aufgerieben. Was sich freiwillig ergibt wird nach hinten gebracht. Weiter geht es und wir fahren noch 20 Minuten bis die Anhöhe in Sicht ist. Hier geht auch schon der Tanz los und wir kriegen schlecht gezieltes Packfeuer. Wir halten und die Panzerkanonen feuern auf erkannte Ziele. Wir fahren, halten, feuern und schnell merken wir, dass die Packbesatzung wohl nicht aus erfahrenen Veteranen besteht, sondern eher aus Anfängern. Zum Glück für uns. Die Packstellung wird niedergekämpft und wir können auch eine weitere Pack zu Klump schießen. Auch hier flankieren die SPW und die Grenadiere holen die letzten Überlebenden aus der Stellung. Wir hatten auch ein paar Verwundete aber nicht der Rede wert. Hier beginnt nun auch das Minenfeld und wir bekommen unsere Position zugewiesen. Mit dem Langrohr stehen wir etwas abseits und können einen Bereich von 40 Grad komplett unter Feuer nehmen. Mittlerweile machen sich die Pioniere ans Werk. Wir sitzen auf dem Turm und rauchen. Ich schaue mir die Pioniere bei der Arbeit an und muss immer an den Kameraden aus dem Lazarett denken, dem ein Teil der Hände durch diese Doppelminen weggerüstet wurden. Na ich denke die Männer hier wissen schon was sie machen. Wir beobachten den Horizont und es ist nicht viel zu sehen. Der Himmel ist leicht bewölkt, also auch ein gutes Fliegerwetter. Aber die roten kommen nicht. Ein paar Aufklärer von uns haben das Minenfeld umfahren und sichten das Vorfeld. Sie kommen nach einer Stunde zurück und melden einen größeren Panzerverband der im Anmarsch ist. Noch circa 30 Minuten dann würden die hier sein. Schon ist der LB dran und soweit ich das beurteilen kann, gibt er das an die Stuka Verbände weiter. Die sollen dann mit dem entsprechenden Jagdschutz Panzerbereitstellungen angreifen. Schon 20 Minuten später donnern die Me 109er und die U87 über unsere Köpfe hinweg und suchen sich ihre Beute. Für uns der Feind nicht sichtbar, aber wir sehen die großen Vögel aus der Höhe stürzen und dann wieder hochziehen. Die schmeißen da ganz ordentlich dem Russen was aufs Köpfchen. Nach weiteren 10 Minuten drehen die Stukas ab und fliegen wieder zurück. Die Jäger fliegen Geleitschütz und für uns ist soweit klar, dass was auch immer dort angreifen wollte, jetzt zu Mus geschmissen ist. Die Pioniere kommen gut voran und noch 2 Stunden weiter und wir können vorwärts fahren. Weiter in Richtung Rauchwolken von dem Fliegerangriff. Das Minenfeld lassen wir hinter uns und die Pioniere bereiten die Sprengung der geborgenen Minen und anderen Dingen die in der Erde lagen vor. Ich sitze wieder auf der Seite des Turms und erschrecke mich regelrecht als der laute Detonationsknall an meine Ohren schlägt. Der Kommandant schaut auch aus dem Turm. Er hat seinen Verband mittlerweile abgenommen, der er sonst die Kopfhörer nicht richtig tragen kann. Ganz schöne Narbe Donnerwetter. Aber er trägt es mit Fassung und kann auch mittlerweile darüber lachen. Wenn auch nicht aus vollem Halse aber immerhin nimmt er es mit einem Lächeln wenn die anderen Kommandanten frotzeln. Weiter geht es und wir kommen an einen Panzergraben. Wir sichern die Flanken und stellen uns knapp 800 Meter weiter südlich auf. Als wir in Position sind finden wir einen Übergang den die Russen wohl für den Angriff vorbereitet haben. Aber wir gehen kein Risiko ein. Die Kampfgruppe wird informiert und wir lassen die Pioniere den Übergang untersuchen. Keine Minen, keine Sprengladung. Scheint alles soweit in Ordnung zu sein. Wir wühlen uns den Hang hinunter und auf der anderen Seite wieder hinauf. Für Rosinante ein Kinderspiel, aber ich denke nur der Kübel wird da nicht durchkommen. Und richtig alle sind durch und nur der Kübel muss von einer Halbkette durchgezogen werden. Auf der anderen Seite geht es weiter. Langsam schieben wir uns vor. Hier haben wir wenig Informationen und das Gelände ist sehr unübersichtlich. Wir stoßen weiter auf die Rauchvolken vor und bald können wir die qualmenden Wracks der Russenpanzer sehen. Mindestens 10 Panzer stehen hier zerstört oder beschädigt und weitere Kettenspuren die sich nach Süden entfernt haben. Das sollte wohl ein Flankenangriff werden. Pech gehabt. Wir fahren an den Wracks vorbei und der Funker meint noch 2 bis 3 Kilometer zur Feinstellung und zum Fluss. Ich schaue nach vorne und denke über den bevorstehenden Kampf nach. Habe meine Seitenklappen offen und genieße die Sonnenstrahlen. Plötzlich ein Knall und der Spitzenpanzer wird fast auf die Seite geworfen. Eine große Qualmwolke hängt über dem Fahrzeug. Das Heck brennt und zwei Gestalten versuchen verzweifelt aus dem Turm zu kommen. Die Uniformen brennen schon und die Kameraden rollen vom Panzer herunter auf den Boden. Wir haben gestoppt. Kein Feindbeschuss. Wohl noch ein Minenfeld. Panzerminen. Also nicht gefährlich für uns. Wir klettern aus dem Fahrzeug und sprinten zu den Kameraden. Wir schlagen die Flammen aus. Feldwebel Siebert ist der Kommandant. Seine Ida ist jetzt im Eimer. Netter Kerl. Nun liegt er hier auf dem Boden und schreit wie am Spieß. Die Brandwunden sind nicht ohne, aber wird es schaffen. Der Richtschützer hat auch ordentlich was abbekommen, die anderen drei sind nicht mehr rausgekommen. Der Panzer brennt aus. Wir stehen mitten in einem Minenfeld. Die hinteren Fahrzeuge ziehen in ihren Spuren zurück. Wir bleiben mit einem Panzer 3 vor Ort und sichern den Bereich gegen mögliche Angriffe. Die Pioniere kommen vor und wir fangen an den Bereich zu sondieren. Wir bringen die Verwundeten nach hinten und sehen zu, dass wir wieder in unseren Panzer kommen. Verdammte Schweinerei. Wir sitzen hier fest. Wenn jetzt der Ivan kommt. Es dauert nicht lange und wir hören die brüllenden Abschüsse von den Stalinorgeln. Wenn die auf uns feuern, dann haben die Pioniere hier ein Problem. Der Oberfinnisch brüllt aufs Feld hinaus, dass die Männer schnellstens alles wegwerfen sollen und unter die Panzer kriechen. Sonst sind die gleich Hackfleisch. Die rennen wie der Teufel und wir machen alle Luken dicht und da kommen schon die Einschläge. Bestimmt hundert von den Dingern schlagen um uns herum ein. Ein Höllenlärm und Splitter prallen gegen die Panzerung. Wir hören zwischendurch weitere Detonationen und ich vermute, dass das die Minen sind, die vor uns gleich mit hochgehen. Also räumen die Russen ihre eigenen Minen weg. Dann ist es so schnell vorbei wie es angefangen hat. Die restliche Kampfgruppe hat nichts abbekommen. Wir rufen einen SPW nach vorne um mögliche Verwundete zu bergen. Wir klettern heraus und um uns herum eine Kraterlandschaft. Trotzdem ist nur ein Drittel des Segens auf uns niedergegangen, der Rest war wohl zu kurz geschossen. Auch die Pioniere haben etwas abbekommen. Ich bin mit dem Funker draußen und versorge die Verwundeten. Ein Toter, zwei Schwerverwundete und ein Leichtverwundeter. Die Stalinorgeln sind wirklich kein Spaß. Die Splitterwirkung ist enorm. Wir verladen die Verwundeten und die restlichen Männer räumen weiter eine Minengasse für uns. Wir stehen hier auf dem Präsentierteller. Wenn der Eimer Prost Mahlzeit. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd Mai 1943 Ich schaue den Schützenpanzerwagen nach und muss an die Männer denken. Die beiden schwer Verwundeten werden es nicht schaffen. Die Wunden die durch die großen Splitter gerissen wurden konnten wir kaum mit dem Verbandsmaterial stopfen das wir dabei hatten. So viel Blut hat ein Körper nicht. Und irgendwann ist dann auch mal Schluss. Die restlichen Pioniere gehen steuisch wieder an die Arbeit. Die haben sicherlich auch schon viel gesehen. Sie räumen weiter die Minengasse und haben nicht mehr ganz so viel Arbeit, da viele der Minen schon durch den russischen Beschuss umgesetzt wurden. Nach einer Ewigkeit wird die Gasse als durchfahrbar erklärt und wir schieben uns vorsichtig weiter vor. Es knallt nichts und die restliche Kampfgruppe fädelt sich ein. Wir müssen hintereinander fahren und können nicht aus der Spur heraus. Und wie bestellt kommen nun auch die Russenflieger angerauscht. Drei Ratters kurven auf uns ein und wir können uns nur mit einer Punktverteidigung helfen. Nach links oder rechts ausbrechen geht nicht. Zu groß ist die Gefahr nochmal auf eine Mine zu fahren. Die SPW feuern schon mit MGs auf die Flieger und die Halbketten müssen auch die Geschütze feuerbereit machen. Aber die Männer wissen was sie können und beim ersten Anflug auf unseren Lindwurm aus Stahl bellen die 2cm Kanonen und fressen sich in die erste Maschine hinein. Die trudelt sofort und stürzt brennend sich überschlagend zu Boden. Die Flakleute haben mir mal erzählt, dass es wichtig ist den ersten Flieger gleich so zu zerfetzen, dass der Rest Muffensausen bekommt und die sich dann genau überlegen, wo und wie sie angreifen, ohne dabei sofort eine verpasst zu bekommen. Das hat ja mal geklappt. Die anderen beiden greifen jetzt verhalten an. Jetzt fliegen sie seitlich an den Verband heran, aber auch das ist keine gute Idee. Schon qualmt einer der Russen und zieht eine Rauchspur hinter sich her. Der dritte Flieger wirft noch seine Eier ab und eine trifft ein SPW voll in die Seite. Der Wagen kippt um und die Granadiere versuchen sich mit einem beherzten Sprung in Sicherheit zu bringen. Doch dann ist der Spuk auch vorbei und die beiden Maschinen fliegen wieder ab. Der Schützenpanzerwagen ist wohl hin und wie durch ein Wunder sind alle nur leicht verletzt. Die Bombe ist in einen Krater gefallen und dann war der Druck zwar noch hoch aber die Spreng- und Spitterwirkung wurde gedämmt. Die Männer werden schnell verarztet und klettern auf die Wagen der Kameraden. Das sind harte Männer, da stört so ein Kratzer wenig. Das ist mal wieder so ein Tag wo es von der roten Speisekarte alles gibt. Artillerie, Minen, Pack und Flieger. Mal sehen was es jetzt noch zum Nachtisch gibt. Wir lassen das Minenfeld hinter uns und können wieder im Breitkeil vorstoßen. Es geht dann eine große Senke, fast schon ein Tal und wir sehen endlich den Fluss vor uns. Dort sollen wir die Brücke sichern und einen festen Punkt errichten. Ich glaube der Fluss ist ein Ausläufer des Dons ich bin mir aber nicht sicher. Halten bis Verstärkung kommt das ist der Auftrag. Strategisch ein guter Punkt und sicherlich hat die Führung sich dabei was gedacht uns hierher zu schicken. Wir sind aber vorsichtig, denn neben der Brücke kann man einzelne Häuser und auch Fahrzeuge erkennen. Ich leihe mir das Ferndas vom Kommandanten und versuche angestrengt Einzelheiten zu erkennen. Sehen mir nach BA aus. Die Radfahrzeuge die uns immer wieder piesacken wenn wir die im Frontbereich haben. Schnell ran schnell weg. Schwer zu treffen weil die schnell und ohne Rücksicht fahren. Wir halten an und über Funk werden die Panzer III vorgeschickt. Wir halten uns dahinter um die Reichweite unsere 7-5er voll ausnutzen zu können. Jetzt kommt Bewegung in die Bude und der Russe scheint zu merken dass wir es auf die Brücke abgesehen haben. Ich versuche weiter durchs Ferndas zu schauen aber der Panzer wackelt zu stark und ich gebe es auf. Ab in den Turm und klappe zu. Der Kommandant steht noch im Turm und wir sind noch weit genug entfernt dass er auch dort stehen bleiben kann. Jetzt bellen die Kanonen der Panzer III los und schießen die ersten Häuser in Brand. Der Russe geht in Stellung und wir bekommen sogar Mörserfeuer. Ich kann keine Stellung entdecken. Die Panzer III unterlaufen den Geschosshagel und wir suchen die Mörserstellung. Tatsächlich sehen wir dann gutgetan im Südosten die Feuerstellung und die Kratzschützen zusammen mit einem Schützenpanzerwagen jagen in die Richtung. Wir bleiben erstmal bei ca. 2000m Entfernung stehen und warten ab. Nun kurven schon die ersten BA auf unsere Panzer III ein. Unsere rochieren aber gut. Fahren, feuern, fahren, feuern und das immer im Wechsel und so haben die drei Radpanzer keine Chance. Einer nach dem anderen gehen die in Flammen auf und nehmen ihre Besatzung mit in den Feuertod. Ich denke die Brücke haben wir. Wir rollen an und suchen uns in einiger Entfernung zur Brücke eine gute Feuerstellung mit der wir auch die andere Brückenseite unter Beschuss nehmen können. Das andere Ufer wird untersucht aber hier sind keine Russen zu sehen. Also macht sich die Kampfgruppe daran die Stellung an der Brücke gegen etwaige Angriffe zu verteidigen. Die Halbketten werden so aufgestellt dass die Flieger sollten sie dann angreifen nicht an uns herankommen können. Die Kampfgruppenführer stellt die Panzer strategisch gut auf, dass wir eine sehr gute Abwehr gegen Angriffe auf unsere Stellung haben. Die restlichen Häuser werden durchsucht und schnell sind Möglichkeiten gefunden für die Männer etwas zu essen zuzubereiten. Wir warten erstmal ab und versuchen uns etwas Wasser für Kaffee zu kochen. Hinter dem Panzer haben wir eine Zeltbahn aufgespannt und versuchen uns etwas gemütlich einzurichten. Ein Krab mit Ballwagen kommt zu unserer Stellung gebraust und bringt uns Suppe und Brot. Na das ist doch mal was. Wir schlagen uns die Bäuche voll und wer nicht auf Panzerwache ist kann eine Mütze voll Schlaf nehmen. Der Kommandant geht zur Besprechung der Offiziere und ich habe das Kommando solange er nicht da ist. Sicherlich werden wir hier zwei oder drei Tage warten bis die Verstärkung und die Ablösung kommt. Es passiert nicht viel und wir vertreiben uns die Zeit mit ein wenig Kartenspielen und kleinen Erkundungen der Umgebung. Auch Angriffs und Rückzugshouten werden erkundet. Vorbereitung ist alles und wir finden feste Wege auf denen man verlegen und vorrücken kann. Aber auch ein Rückzug wäre möglich aber dafür sind wir ja nicht hier. Es wird Abend und die Aufklärer kommen von den vorgeschobenen Lauschstellungen zurück. Bis jetzt ist alles ruhig aber ich denke der Ivan weiß sicherlich dass wir hier sitzen. Er braucht die Brücke. Er braucht sie für seinen Nachschub und wir warten mal ab wie viel er dafür in den Topf werfen wird. Der Kommandant kommt zurück und bei einem Becher Kaffee erklärt er uns die Lage. Wir sind quasi die Ausgangsstellung für einen Zangenangriff der für die ganze Division entscheidend ist. Wenn wir von hier aus den Russen einschließen könnten große Mengen an Material zerstört werden. Na dann mal los denke ich bei mir. Aber der Russ ist ja auch nicht blöd. Mittlerweile lässt er sich nicht mehr so leicht einfangen wie früher. Die lernen auch dazu die Burschen. Also abwarten. Die Nacht verläuft ohne Zwischenfälle und ich kann unter dem Panzer ein paar Stunden schlafen. Am nächsten Morgen ist auch noch alles ruhig. Wir schmirgeln ein leckeres Frühstück und der Funke hat irgendwo ein paar R bei den Granadieren eingetauscht und da wird schon schön gebrutzelt. Das kleine Lagerfeuer schafft gerade das Frühstück und jeder hier wird an der Front zum Meisterkoch. Die Sonne steht schon hoch am Himmel, aber ist immer noch ruhig. Das wird mir langsam unheimlich und ich habe da ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Der Vorposten hat auch noch immer keine Info. Ist mir zu ruhig. Da hören wir einen Motor brummen und schnell wird klar, dass das einer von unseren Störchen ist, der über uns kreist. Er dreht dann mit wackelnden Flügeln ab und fliegt weiter gern Osten. Nach 30 Minuten ist er schon wieder da und wirft einen Meldebeutel ab. Schnell wird dieser geborgen und zum Kampfgruppenführer gebracht. Es kommt Bewegung in die Bude und der Oberfenrich flitzt runter zur Brücke. Wir packen schon mal unseren Kram zusammen, denn da wird sicherlich jetzt was kommen. Als wir alles in der Panzerkiste verstaut haben kommt er wieder zurück und schwer atmend und leicht verschwitzt erklärt er uns, dass ein Panzerverband auf uns zu hält. Wohl auch ein paar dicke Klopper dabei. Also KW Panzer? Nun denn, dann muss Rosinante wohl doch zum Tanz bitten. Wir machen uns gefechtsklar. Wir können hier bis 1800 Meter Feindpanzer unter Feuer nehmen. Es sei denn die kommen durch diese Verwerfung an der Nordseite der Senke. Da kommen die dann auf 600 Meter ran, aber auch da können wir dann sauber reinhalten. Die ersten Staubwolken kündigen schon die Gegner an und wir haben unseren Feuerbereich mit dem anderen Panzer IV der Ursula koordiniert. Unser Kommandant steht im Turm und sucht Ziele. Dann tauchen die ersten Panzertürme auf. Der Kommandant gibt die Richtung, ich drehe den Turm und schaue auf meinen Seitenrichtanzeiger. Mein Ausguck habe ich geschlossen und ich klebe an der Optik. Die T-34 sind gut zu erkennen. Entfernung 1200. Bei 1000 Meter erst Feuer an Rudolf höre ich im Funk. Rudolf hat er noch nie zu mir gesagt. Na gut, jetzt erstmal der Russe. Um Funk höre ich 1000. Links T-34 Feuer. Ich richte kurz an und das Geschoss verlässt die Panzerkanone. Einschlag vor dem Feindpanzer. Ich wollte in die Unterwanne schießen, war noch zu kurz. Ich richte nach. Granat ist geladen, Verschluss ist zu. Ich feuere ein zweites Mal und das Geschoss schlägt in der Nähe der Fahrerluke ein. Der Panzer steht und qualmt. Die Luken fliegen auf. Nächster. Die Panzer 3 halten sich noch zurück, die Entfernung ist für die 5 cm Kanone noch zu groß. Panzer 800, ganz rechts Feuer. Ich ziele, Abschuss und Einschlag. Der dreht weg, da ich ihm die Kette runtergeschossen habe. Er zeigt mir einen Teil seiner Seite. Ich visiere wieder an und feuere erneut. Der Winkel war schlecht und die Granate prallt am Turm ab. Die angeschrägte Panzerung, es ist ja zum Mäuse melken. Ich visiere etwas tiefer an und der Schuss sitzt. Der Turm hüpft aus dem Drehkranz und steht schief. Flammenschlag aus dem Panzer und diesmal geht keine Luke auf. Noch zwei weitere Panzer werden von der Ursula getroffen und die T-34 ziehen sich zurück. Auf der linken Seite ist der Kampflärm angeschwollen. Die KW sind nun doch durch die Verwerfung gefahren. Also waren die T-34 nur eine Ablenkung? Die Grenadiere sind schon im Feuerkampf und die 2 cm sowie die Panzer 3 werfen ihre Geschosse gegen den stehlenden Koloss. Scheinbar ohne Wirkung. Die KW sind einfach zu stark gepanzert. Nur der Turm ist von unserer Position zu sehen. Ich visiere an, bekomme aber noch keine Feuererlaubnis. Rechts von der Brücke greifen die Russen jetzt auch an. Wellen von Rotarmisten strömen aus ihren nicht erkannten Stellungen hervor und greifen unsere Brückenverteidigung an. Die gut getarnte 2 cm greift in den Erdkampf ein und hält blutige Ernte unter den Angreifern. Der KW schiebt sich aus seiner Deckung heraus. Ich kann nur das vordere Kettenrad sehen. Ich warte. Langsam schiebt er sich weiter hoch. Noch ein Meter. Los jetzt, dann habe ich dich. Ich höre Funk den Oberfinnrich rufen. Rudolf, kannst du ihn kriegen? Ich brülle zurück, dass ich noch einen Meter brauche. Der Kampf tobt unentwegt weiter. Mir läuft der Schweiß die Stirn runter. Ich gehe kurz von der Optik weg und wische mir den Schweiß aus den Augen. Zurück an die Optik. Ich schaue durch. Jetzt visiere ich an, kurz hinter dem Kettenrad. Ich rufe, dass ich schießen kann. Die Feuererlaubnis kommt und schon fliegt das Geschoss in Richtung des KW. Mist, ein Stück zu hoch. Neue Granate wird geladen. Ich richte wieder an. Mittlerweile ist der KW noch weiter herausgekommen und ich habe ihn voll im Visier. Ich feuere und wie in Zeitlupe sehe ich die Granate, die sich wie ein glühender Dorn in die Unterwanne des KW frisst. Und dann ist nichts zu sehen. Hat die Granate einfach geschluckt? Das kann nicht sein. Ein Wimpernschlag später zerreißt es den Russenpanzer und der Turm fliegt im hohen Bogen von der Wanne. Das war ein Volltreffer. Und der Oberfirnig haut mir auf die Schulter. Da kommt kein KW mehr hoch. Der Kollos versperrt den Weg. Die Russen ziehen sich zurück. Wieder eine blutige Nase geholt haben die sich. Aber beim nächsten Angriff kommen die sicherlich mit der doppelten Anzahl Panzern und mit sehr viel Infanterie. Und das wird dann vorher einen Höllentanz mit der Artillerie geben. Ich hoffe inständig das bald die Verstärkung kommt, sonst können wir hier schon mal ein paar Birken fällen. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd Mai 1943. Der Angriff ist abgeschlagen und wir merken wie die Anspannung von uns abfällt. Das hat ganz gut geklappt und ich denke das wir hier eine gute Abwehrfront aufgebaut haben. Fünf Panzer hat der Gegner verloren und das wird er sicherlich nicht noch einmal versuchen. Aber bei den Russen weiß man nie genau wie sehr die einen festen Punkt einnehmen wollen. Dann ist denen auch der Preis an Menschenleben egal. Der Qualm verzieht sich und wir gehen runter zur Brücke. Die Vorposten wurden noch weiter vorne am anderen Ufer platziert um nicht nochmal durch eingesicherte Russen Trupps überrascht zu werden. Die Kratzschützen fungieren hier als Melder und wir hoffen, dass es morgen schon mit der Verstärkung etwas werden wird. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass der Korridor den wir durch die feindlichen Stellung bis zur Brücke geschlagen haben nun auch anfällig für feindliche Flankenangriffe ist. Das heißt, es ist nicht damit getan nur Truppen zu uns zu schicken, sondern auch den Schlauch offen zu halten und nach den Seiten hin auszudehnen. Wenn diese Nabelschnur durchtrennt wird, müssen wir uns wieder kämpfend zurückziehen und uns wieder einen Weg durch gefährliche Russenstellung bahnen. Wir bewegen uns bis zum abgeschossenen KW, der aus der Bodenverwerfung herausgekommen ist. Was für ein Brocken. Ich habe den hinter dem vorderen Kettenrad getroffen und das Geschoss hat irgendwie die Bereitschaftsmunition gezündet und den Turm heruntergerissen. Das noch immer qualmende Wrack ist mit dem abgesprengten Turm ein gutes Hindernis, an welchem nun kein Panzer mehr vorbeikommen wird. Wir schauen uns das Vorfeld noch an und sehen hunderte tote Russen vor den Stellungen liegen. Die 2cm und die Panzer III haben da schwer reingehalten und die armen Teufel in Stücke geschossen. Es wird Zeit wieder zurück zu gehen. An den Hütten treffen wir noch ein paar Kameraden der anderen Panzer und wir unterhalten uns über die Russen. Weiterhin werden die Stellungen verbessert und es werden Gruben für die Fahrzeuge angelegt, um beim Artilleriefeuer mehr Deckung zu haben. Den Tag über passiert nichts weiter, aber ich denke, dass wir sicherlich in der Nacht wieder etwas zu tun bekommen. Nach einem guten Abendessen werden die Wachen aufgeteilt. Ich bin bis Mitternacht dran und beobachte aus dem Turm heraus meinen Sektor. Pech schwart die Nacht und nicht viel zu erkennen. Aber kurz vor dem Wachwechsel wird es munter. Spähtrupps der Russen versuchen ihr Glück, aber die Granadiere und Pioniere sind auf Zack. Ein paar Leuchtspurgeschosse flitzen durch die Nacht und Leuchtkugeln steigen. Aber nach 20 Minuten ist wieder alles ruhig. Nach der Ablösung falle ich in einen unruhigen Schlaf. Ich träume mir viel von der Heimat und von Gudrun. Wie es mein Leben wohl gerade gehen mag und was es so Neues in meinem Ort gibt. Um 5 Uhr werde ich unsanft durch Artilleriefeuer geweckt. Meine Güte, der Russe hat etwas vor. Schwere Kaliber schlagen überall ein. Nun wird die Brücke scheinbar auch beschossen. Wir bleiben unter dem Panzer und krallen uns in die Erde. Der ganze Bereich wird umgewühlt und der Russe will wohl hier nun eine Entscheidung. Der wird sicherlich gleich im Anschluss angreifen. Minute und Minute fliegen die Brocken in unsere Richtung. Einschläge kreuz und quer. Erdbrocken und Steine werden gegen den Panzer geschleudert. Splitter surren durch die Luft und treffen den Turm und die Ketten. Es hört einfach nicht auf. Wie viel Munition haben die denn eigentlich? Nach schier endlosen 90 Minuten geht der Beschuss langsam zurück und es wird Zeit in den Kampfraum zu kommen. Wir kriechen aus dem Loch und klettern auf den Panzer. Um uns herum scheint alles zerstört. Nur in der Nähe der Brücke steht noch einiges. Die wollten wohl kein Risiko eingehen und die Brücke doch intakt haben. Der Rauch verzieht sich und schon kommen sie. Wieder T-34 und ein paar BT-7. Die kleinen Panzer sind sehr schnell und schwer zu treffen. Ich hänge an der Optik und warte auf mein erstes Ziel. Die Feindpanzer haben schon das Feuer auf unsere Stellung eröffnet und schießen die vorgelagerten Stellung zu Klump. Unter Feuerschutz laufen unsere Leute zurück und versuchen das andere Ufer zu erreichen. Die Panzer III haben den Feuerkampf schon aufgenommen. Wir hören von der Ursula, dass die Kanone einen Defekt hat. Also sind wir die letzte 7 Fünfer, die da rein halten kann. Wir suchen unsere Ziele und der erste BA wandert in meinen Zielstachel. Scheinbar hat er sich irgendwie festgefahren oder die Kette ist einseitig weg. Egal, Feuerfreigabe habe ich, richte kurz nach und die Granate fliegt auf den Feindpanzer zu. In der Vergrößerung sehe ich das Geschoss noch einschlagen und dann ist der leichte Panzer auch schon zerborsten. Zielwechsel. Ein T-34 wird durch ein Panzer III ausgeschaltet und die MG zusammen mit den 2 cm hält die feindlichen Soldaten nieder. Dann trifft es eine der Halbketten voll und das Geschütz wird vom Heck gerissen. Die Mannschaft wird ordentlich durcheinander gewirbelt, aber mehr können wir auch nicht erkennen. Die Russen rücken weiter vor und wir versuchen uns an einem zu weit vorgestoßenen T-34, der auf das Wrack vom KW 1 zuhält. Der will es sicher als Deckung nutzen. Ich visiere den Turm an, der ganze Panzer ruckt durch den Abschuss und das Geschoss fliegt vorbei. Zu weit rechts. Der Panzerturm ist nun in der Optik und er schiebt sich zu schnell hinter den Rest vom KW in eine Mulde. Nur wenig von seinem Turm ist noch zu sehen. Trotzdem versuche ich mein Glück. Klappt nicht. Das Geschoss geht nur Zentimeter über den Turm des Feindpanzers hinweg. Ich komme nicht dran, brülle ich über den Funk. Zielwechsel. Noch ein BT links davon. Wieder ist die Kampfwagenkanone geladen und ich versuche den schnellen Panzer in das Visier zu bekommen. Mit etwas Vorhalte lasse ich den Schuss brechen und erwische gerade noch das hintere Antriebsrad des BTs. Der wird durch die Wucht herumgerissen und kippt auf die Seite. Das haben die Kameraden im Panzer III wohl gesehen und jagen dem Verwundeten einen Schuss in den Unterleib. Noch eine weitere Granate wird in den ungepanzerten Rumpf geschossen und der Panzer wird in einer grellen Explosion in Stücke gerissen. Verdammt höre ich durch die Funkanlage. Ich schwenke den Turm zurück und sehe einen Panzer III von uns brennen. Volltreffer. Das war wohl der T-34 den wir nicht bekommen haben. Rudolf der muss weg sonst macht er die ganze Stellung zur Sau brüllt der Kommandant. Ich kann nur die Kanone sehen. Das wird als Ziel zu wenig. Ich rufe nach einer Sprenggranate und der Ladeschütze lädt die Kammer um. Ich nehme mir viel Zeit und versuche die Blende unter der Kanone ins Visier zu nehmen. Wie ein Kropf hängt der Stahlblock da. Wenn ich den treffe oder auch nur durch die Explosion beschädigen kann ist der T-34 erledigt. Die erste Granate geht zu weit rechts und zu hoch unter dem Kanonenrohr durch. Ich richte nach. Schweiß läuft mir in die Augen. Ich feuere und treffe. Was genau kann ich nicht sehen denn die Sprengwolke ist enorm. Das feindliche Kanonenrohr zeigt nun in eine andere Richtung und ist wohl im Eimer. Scheinbar hat der T-34 genug. Er rollt aus der Senke heraus und lässt sich im Rückwärtsgang in die Bodenverwerfung rutschen. Weg ist er. Da kommt er auch nicht mehr hoch. Die Schlacht tobt weiter und wir versuchen weiterhin Ziele für unsere Sprenggranate anzufinden. Wir schießen in die Angriffswellen der Russen hinein, die jetzt fast ohne Panzerunterstützung gegen uns anrennen. Die Stellung auf der anderen Uferseite ist aufgegeben oder niedergekämpft. Einige Russen laufen trotzdem zurück, aber der Rest setzt sich am anderen Ufer fest. Die können wir aus den Löchern nicht mehr herausschießen. Verdammter Mist. Mit etwas Verspätung kommt nun die Luftwaffe angerauscht. Ein paar Jäger fliegen im Tiefflug die Russen an. Mit den Bordwaffen werden die Stellung behakt und die Russen werden wieder aus den Löchern vertrieben. Eine Kette Stukas kommt unter Jagdschutz dazu, fliegen aber weiter Richtung Osten. Ich stehe auf dem Panzerturm und versuche den Fliegern hinterher zu schauen. Nur schemenhaft sehe ich am Horizont wie die Sturzkampfbomber ihre tödliche Last gegen für mich nicht erkennbare Ziele werfen. Sicherlich auch wieder eine Arteriestellung oder ein Panzerbereitstellungsraum. Die Flieger brausen noch ein paar Mal über unsere Stellung hinweg und wackeln mit den Flügeln. Teufelskerle, das macht sicher Laune durch die Lüfte zu sausen und den Feind zu bekämpfen. Aber wenn so eine Mühle einen Treffer bekommt dann gehts ganz fix nach unten. Es wird still in der Stellung und wir warten was der Kommandant von der kleinen Lagebesprechung mitbringen wird. Mittlerweile ist es Mittag und wir haben uns ein paar Hasen erlegt. Riecht schon gut und das wird ein Festmahl, wenn uns der Ivan in Ruhe lässt. Der Oberfinrich kommt plünktlich zum Essen zurück zum Panzer und wir sitzen im provisorischen Unterstand oder was davon übrig ist. Er sagt nichts, obwohl er genau weiß, dass wir sehr neugierig sind. Nachdem er unendlich langsam seine Portion zu sich genommen hat, blickt er allwissend in die Runde und erklärt, dass wir in ein paar Stunden abgelöst werden. Wir freuen uns, dass es bald wieder zurückgeht. Alles wird vorbereitet und wir verstauen unsere Sachen am und im Fahrzeug. Wir sollen mit drei Panzern zurück und die Pioniere sollen auch noch mitkommen. Gegen 15 Uhr machen wir uns fertig und warten auf die Ablösung. Nur es kommt keiner. Als es schon langsam dunkel wird, hören wir Fahrzeuge aus dem Westen kommend auf uns zuhalten. Na fein, im Dunkeln werden wir nicht mehr abrücken. Die Kampfgruppe 2 wird in Empfang genommen und die Fahrzeuge werden in neuen Stellung eingewiesen. Neues abrücken für uns, 6 Uhr am nächsten Tag. Auch gut, wenigstens haben die Kameraden frische Verpflegung mitgebracht und es wird doch noch ein netter Abend. Eine geschmuggelte Flasche Portwein macht die Runde und auch der Kommandant nimmt einen Schluck, warnt uns aber, dass wir es dabei belassen sollen. Trotzdem stehen wir noch mit auf Wache und um Mitternacht bin ich mit dran. Ich sitze im Turm und schaue mir den Sternenhimmel an. Was Gudrun jetzt wohl sehen mag, eigentlich ja den gleichen Sternenhimmel nur tausende Kilometer weiter im Westen. Es passiert nichts mehr und wir machen uns auf früh den Panzer aus der Stellung heraus zu bekommen. Der Fahrer macht es wirklich gut und nach 20 Minuten steht Rosinante auf dem Feldweg. Die Kommandanten übergeben sich und wir marschieren Richtung Westen. Wenn alles gut klappt dann sollten wir in 8-10 Stunden wieder zurück sein. Der Panzer III fährt Spitze, dahinter die Ursula mit dem defekten Rohr, dann die SPWs und wir als Schlusslicht. Unsere gefallenen Kameraden haben wir alle mitgenommen. Ich lehne mich zurück und lasse mich durch das Geschaukeln in den Schlaf wiegen. Hoffentlich klappt es zurück besser als auf dem Himmelweg und der Ivan wirft sich da nicht nochmal mitten rein. Ein paar Tage Ruhe würde mir gut passen. Mir fallen die Augen zu, die vergangene Nachtwache lässt mich in einem tiefen Schlaf fallen. Tagebuch Ostfront Heoskope Süd Mai 1943 Es war schon Mittag und wir kamen nicht schnell voran. Nach ein paar Stunden Tiefschlaf wachte ich auf als Rosinante zum Stehen kam. Kurze Marschpause und eine technische Überprüfung. Die Zeit wurde genutzt und die Männer erleichterten sich im Straßengraben. Eine Stunde Pause, Überprüfung der Fahrzeuge und Verpflegung aufnehmen, das war der Befehl. Wir hatten noch etwas von dem Hasen über, also ich würde es mal Eintopf nennen und der Funker stellte den Stahltopf auf den heißen Motor. So wurde es ein wenig warm. Es war sehr bewölkt und so brauchten wir nicht mit der feindlichen Luftwaffe rechnen. Wir stellten trotzdem Posten auf und schickten ein paar Soldaten in 500 Meter Entfernung auf Sicherung. Nachdem wir den Panzer soweit überprüft hatten wurden noch ein paar Kanister Benzin aus dem Transport LKW geholt und wir kriegten damit die Rosinante zumindest halbvoll. Knapp bemessen der Betriebsstoff aber wir wollten ja auch nur zurück und keine großen Angriffe fahren. Wir waren kurz vor dem Punkt wo wir den Panzergraben durchfahren hatten, also ich rechnete noch mit zwei Stunden Fahrt bis wir wieder unsere Vorposten in Sicht hatten. Mit vollen Bäuchen kletterten wir wieder in den Panzer und weiter ging es. Kein Feind entsincht und ich dachte mir schon, dass der Schlauch zu unseren Kameraden verbreitet worden war. Nach einer weiteren Stunde auf der ungemütlichen Roll waren kamen uns LKW und SPW entgegen. Wir stoppten ab um sicher zu sein dass es keine Russen waren. Aber nach kurzer Zeit war klar, dass wir die eigenen Truppen vor uns hatten die auch zur Unterstützung unserer Männer an der Brücke aufgebrochen waren. 200 Mann wurden vorgeschickt um dem Russen den Tag zu vermiesen. Ich hätte auf etwas mehr Artillerie gehofft aber ich glaube, dass sie sich da vorne voll auf die Luftwaffe und den Beobachter verlassen würden. Gegen frühen Abend kamen wir dann endlich an. Ursula musste sofort in die Panzerwerkstatt, denn ohne eine funktionsfähige Kanone war der Panzer nutzlos. Wir hatten keine Schäden und waren glücklich endlich wieder zu Hause zu sein. Der Zugführer erklärt uns, dass wir erstmal zwei Tage Ruhe hätten, aber der Panzer schnellstmöglich wieder einsatzbereit sein sollte. Man weiß ja nie. Die letzten Tage waren anstrengend und ich brauchte etwas Ruhe. Ich wollte mich nachdem wir aufgetankt und aufmunitioniert hatten eigentlich abmelden, aber der Herr Oberfenrich nahm mich zur Seite. Unteroffizier Pedersen auf ein Wort. Hm, dachte ich mir. Wenn der Arsch auf Grundeis geht bin ich Rudolf und jetzt Unteroffizier Pedersen. Er ließ mir nichts anmerken und erwiderte etwas lauter als gedacht ein knackiges, jawohl Herr Oberfenrich. Er nahm mich mit und wir stellten uns abseits an eine Hausecke. Keiner sagte etwas und ich dachte mir schon, dass es jetzt sicherlich interessant werden würde. Er hielt mir ein silbernes Zirettenethyl hin. P und G konnte ich drauf eingraviert lesen. Ich nässelte eine Schachtel Zündhölzer aus meiner Tasche und gab ihm Feuer. Danach zündete ich meine an. Er schaute mich an und seine große Narbe sah schon irgendwie bedrohlich aus. Ich sah ihm direkt in die Augen. Mal sehen, wer das länger durchhält. Stille. Keiner sagte es was. Es sind sicherlich nur Sekunden gewesen, aber es kam mir vor als starrten wir uns Minuten lang an. Dann bewegt er sich, zog seinen Lederhandschuh aus und hielt mir die rechte Hand hin. Ich schaute auf die Hand, dann wieder an sein Gesicht. Langsam zeigte sich ein Lächeln. Dann sagte er, ich bin der Peter und wenn das in Ordnung ist, würde ich gerne das Du anbieten, Rudolf. Ich konnte nicht mehr meine Gesichtszüge kontrollieren und musste dann auch grinsen. Dann schlug ich ein und meinte nur zu Peter, dass ich mich sehr freuen würde. Nun mussten wir beide lachen und sprachen noch weiter über den Einsatz. Mit einem guten Gefühl verabschiedete ich mich dann von meinem Kommandanten und machte mich auf den Weg zu meiner Unterkunft. Endlich wieder ein halbwegs normales Bett und ein Dach über dem Kopf. Der Juni war jetzt schon ein paar Tage alt und es ging das Gerücht, das wir verlegen würden. Die Division hat einen neuen Frontabschnitt bekommen und wir würden bald nachziehen. Es sollte weiter in den Norden gehen und das Regiment sollte auch umstrukturiert werden. Das gefiel mir nicht. Bei solchen Aktionen werden dann ganz schnell mal Abteilungen ausgegliedert und für die Aufstellung neuer Verbände als Grundstock genutzt. Abwarten, dachte ich mir. Schmidt wird das sicherlich genau wissen. Ich kam genau richtig für einen Becher Kaffee und wir machten es uns vor dem improvisierten Stabsgebäude gemütlich. Der Spieß kam dazu und die neuesten Geschichten wurden ausgetauscht. Auch hier hörte man schon die Gerüchte, dass wir verlegen werden. Ich fragte vorsichtig nach, ob es noch eine Möglichkeit geben würde ein paar Tage Urlaub zu bekommen. Da konnten die Stabstäter auch nicht viel zu sagen, aber wenn mein Kommandant mich entbehren könne und die Abteilung das mitmacht, dann würde das gehen. Also Parole Heimaturlaub war dann ausgegeben und ich ließ nichts und versucht mich für ein paar Tage in die Heimat zu verdrücken. Peter meinte, dass er natürlich schwer auf mich verzichten könne, aber aufgrund der letzten Einsätze und den erfolgreichen Abschüssen konnte da sicher was möglich gemacht werden. Zwei Tage später war alles erledigt und ich hatte zehn Tage Heimaturlaub ergattert. Schnellstens hatte ich alles Nötige in die Wege geleitet und mir beim Trost schon eine Mitfahrt zum rückwärtigen Bereich ergattert. Es waren sehr viele Fahrzeuge unterwegs und nur Stunden später saß ich in einem Urlauberzug Richtung Heimat. Zwei Tage würde ich brauchen und ich hoffte, dass es ohne große Zwischenfälle in die Heimat gehen würde. Das ging alles so schnell, dass ich diesmal keine Nachricht nach Hause schreiben konnte. Ich hatte mir noch etwas Marschverpflegung organisiert, aber in den Zügen gab es auch ein wenig Brot und Tee auf den Bahnhöfen und hier und da konnte man sich auch mal was aus der Gulaschkanone holen. Die Zeit vertrieb ich mir mit dem Schreiben und wie immer brachte ich alles Erlebte zu Papier. Zügig überschritt ich dann die Reichsgrenze und war auch bald in Hamburg angekommen. Vom Bahnhof aus schnappte ich mir einen Lkw, der in die Richtung meines Heimatautos fuhr. Ich setzte mich auf die Ladefläche mit ein paar weiteren Männern und wir fuhren los. Ich war erschüttert einige Gebäude in Hamburg zerstört zu sehen. Man hatte von Bombenangriffen auf die Städte schon gehört, aber ich war der Meinung, dass nur kriegswichtige Betriebe das Ziel waren. Hier standen aber auch schon Ruinen in den Wohngegenden. Das machte mir Angst. Eine hilflose Angst um meine Familie und Freunde die sich vor Feigenbomben nicht würden retten können. Gekämpft wird an der Front und nicht in der Heimat. Wenn wir im Osten gegen Ivan kämpfen, dann wiegen wir die Familie im Hinterland in Sicherheit. Und nun sowas. Das war nicht gut. Später kamen wir in meinem Heimatort an. Weit genug weg von Hamburg, sodass hier nichts auf irgendwelche Bombenangriffe hindeuten würde. Ich stieg von der Ladefläche und bedankte mich artig beim Fahrer. Er war voll des Lobes über unsere Soldaten und gerade die Panzertruppe wäre ja das scharfe Schwert, das dem russischen Bären den Kopf abschlagen würde. Ich nickte und lächelte. Was soll ich hier in der Heimat auch von dem harten Kampf mit den Russen erzählen? Das behalte ich doch lieber für mich. Ich schlenderte durch die Einkaufsstraße und ließ mich von den Damen bewundern. Die Herren zogen den Hut und die Mannschaftsdienstgrade die ich traf grüßten zackig und blickten verstohlen auf meine Orden, die ich mit stolzer Brust zur Schau stellte. Ich wollte in die Bäckerei in der Nähe meines Elternhauses noch Kuchen kaufen, aber das Geschäft war geschlossen, die Scheiben zerstört und auch hier sah es so aus als ob eine Bombe abgeworfen worden wäre. Nun dann ohne Kuchen nach Hause. Ich stand vor der Tür und klopfte. Meine Schwiegermutter machte mir auf und fiel mir gleich um den Hals. Es war ein freudiges Wiedersehen und sie ließ mich nicht mehr los. Viele Fragen wurden mir gestellt. Kaffee und Kuchen wurde schnell aufgedeckt und in all der Aufregung hatte sie dann vergessen mir zu sagen, dass Gutruhe noch auf der Arbeit wäre und erst in zwei Stunden zu Hause sein könnte. Das wäre kein Problem, ich konnte warten. Nachdem ich mich gestärkt hatte wurde für mich schon ein Bad eingelassen und meine Uniform musste ich ausziehen damit sie zur Reinigung gebracht werden konnte. Die Badewanne war eine Wohltat und ich wollte gar nicht mehr heraus. Frische Kleidung lag bereit und ich saß dann später mit Hemd und Hose im Garten meiner Schwiegereltern und wartete auf meine Gutruhen. Dann kam sie endlich die Straße herunter. Auf ihrem Fahrrad radelte sie den Weg zum Elternhaus, aber sie konnte mich noch nicht sehen. In gewohnter Weise stellte sie den Drahtesel in den Schuppen und machte sich daran durch den Garten zu gehen. Ich stellte mich ihr in den Weg mit einer Blume in der Hand. Dann sah sie mich, blieb stehen und nahm vor Schreck die Hand vor den Mund. Schnell wich das Erstaunen aus ihrem Gesicht und ein großes Lächeln erschien auf ihrem wunderhübschen Mund. Sie lief los und nach ein paar Schritten sprang sie meine Arme. Wir hielten uns fest und ich merkte wie sie sich schluchzend ganz fest an mich presste. Sie wollte mich gar nicht mehr loslassen, ich sie aber auch nicht. Die ersten Stunden redete sie so viel und ich merkte, dass sie unglaublich aufgewühlt war. Wir tranken Kaffee, jaßen Kuchen und es war ein wunderschöner Nachmittag. Gegen frühen Abend erklärte ich, dass ich gerne bei meinen Eltern vorbeischauen würde, dann aber auf jeden Fall später wieder zurückkomme. Natürlich hatten die beiden Damen Verständnis für mein Anliegen und kurzerhand nahm ich mir Schwiegervaters Fahrrad und fuhr die paar Kilometer zu meinem Elternhaus. Es war schön hier, die Felder waren bestellt, die Sonne schien, alles wie im tiefsten Frieden. Nicht mal ein Flugzeug am Himmel, alles seltsam ruhig. Als ich dann bei meinen Eltern ankam, war auch hier die Freude groß. Meine Mutter war selig und auch Vater, der sonst wenig Emotionen zeigte, war sichtlich berührt, dass ich wieder mal zu Hause war. Und dann noch in einem Stück. Einer der Nachbarsjungen wurde losgejagt, meine Schwester Hilde zu holen. Und später lagen wir uns noch überglücklich in den Armen. Ihren Verlust hatte sie schon einigermaßen verarbeitet, aber ich denke tief in ihrer Seele trauerte sie noch immer um ihren Willi. Auch hier musste ich viele Fragen beantworten, aber es waren trotzdem schöne Stunden. Mit dem Versprechen die nächsten Tage wieder reinzuschauen, ließen sie mich ziehen. Das Abendessen gab es im Garten der Schwiegereltern und auch mein Schwiegervater war nun da. Er war mächtig stolz auf seinen Schwiegersohn, so ein erfolgreicher Panzermann. Wann ich denn das Ritterkreuz bekräme, fragte er mich. Ich winkte ab und meinte das kriegen nur die Offiziere und er musste dann herzhaft lachen. Ich war dann auch irgendwann erledigt von den letzten Tagen und Gudrun und ich zogen uns zurück in unser Reich in den ersten Stock. Viel zum Schlafen kamen wir allerdings nicht und so begannen ein paar wundervolle Tage in der Heimat. Am dritten Tag, ich war gerade mit meinem Vater im Ort unterwegs, sahen wir eine große Formation Bombe auf Hamburg zu fliegen. Mein Vater meinte, dass es gleich wieder losgehen werde und wir hier am Rande von Hamburg davon nicht so viel mitbekommen würden. Wo war die Luftwaffe? Die sollten doch den Luftraum über dem Reich schützen. Das interessierte mich doch sehr und den nächsten Luftwaffenmann, den ich finden würde, dem würde ich gerne mal ein paar Fragen stellen. Mein Schwiegervater bat mich seine kleine oder jetzt schon etwas größere Fabrik zu besuchen, allerdings in Uniform, das würde die Angestellten motivieren. Die Auftragslage war gut und er stellte Kleinteile für die großen Rüstungsbetriebe her. Auch zehn Fremdarbeiter hatte er bei sich in der Halle, vier Franzosen, vier Engländer und zwei Norweger. Den schien das hier aber zu gefallen und die machten, laut Schwiegervater, gute Arbeit. Sie musterten mich erst streng, aber dann wurde freundlich genickt. Alles sicher ehemalige Soldaten, die ihre Zeit als Kriegsgefangene hier mitarbeiten sollen. Nach dem Besuch sprach ich Schwiegervater auf die Bäckerei an. Er wollte dazu nichts sagen und ich respektierte sein Schweigen. Vorerst. Auch musste ich mit Vater zum Stammtisch des Schützenvereins und dort hörte ich die wildesten Geschichten der Heimatfrontkrieger. Alle waren scheinbar durch die Wochenschau bestens informiert und sie überschlugen sich bei der Bildung von Schwerpunkten an der Ostfront, damit dort endlich ein Schlussstrich gezogen werden würde. Ich hielt mich mit meinen Stammt, wie immer etwas zurück. Aber dann wurden mit steigendem Alkoholkonsum die Forderungen an die Truppe immer höher und es gab auch hier und da einen Vorwurf. Sicherlich saßen hier auch Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg, die im Trommelfeuer der schweren Artillerie wochenlang in den Schützengräben aushalten mussten. Was die aber nicht verstanden war, dass es hier nicht mehr um eine Art Stellungskrieg ging, sondern dass es hier eine andere Art des Kampfes war. Mir platzte nicht der Kragen, aber ich hob die Hand und legte los. Wir marschieren, wir kämpfen, wir haben vor uns den Russen, über uns den Russen, neben uns den Russen und auch hinter uns den Russen. Der Russe in Zivilkleidung steht hinter uns und wartet nur darauf, dass wir unachtsam werden. Immer kämpfen wir die Roten nieder und wie bei einer Hydra wachsen immer zwei Köpfe danach, wo wir einen abgeschlagen haben. Wir bluten aus, unsere fähigen Offiziere fallen, unsere Fahrzeuge werden zerstört. Die Luftwaffe kann nicht überall sein, das Land ist viel zu groß und wir sind viel zu wenig Männer und was hier alle am Tisch vergessen, ein Soldat, der seine Heimat verteidigt, kämpft zehnmal verbissener als ein Soldat, der in ein Land hineinmarschiert. Totenstille am Tisch. Auch mein Vater schaute mich entgeistert an. Er durchbrach die Stille und fragte mich, Rudolf, aber wir können siegen, wir werden siegen, oder? Ich lenkte dann ein und sagte, wir werden auch siegen, aber den Krieg werden wir nicht am Stammtisch gewinnen. Er wird an der Front entschieden, durch Tapferkeit und Opferbereitschaft und bei Gott, geopfert haben wir schon so vieles. Alle beruhigten sich wieder und es ging dann weiter um die Schlacht im Atlantik und die U-Boot-Waffe. Da konnte ich auch nur noch zuhören. Dann sah ich in der Gaststätte einen alten Schulfreund wieder. Fritz Gose aus meiner Klasse. Ist auch damals zur Kriegsmarine gegangen und saß nun am Tisch und trank Bier. In Zivil. Ich verabschiedete mich von den Schützenbrüdern meines Vaters und ging rüber zu Fritz. Erst jetzt sah ich die Krücken und auch, dass ihm ein Bein fehlte. Er sah mich und freudig begrüßte er mich. Rudi, alter Vater, du siehst aus wie ein Kriegsfeld mit den ganzen Orden an der Brust. Setz dich zu mir und wir trinken ein Bier, rief er. Ich setzte mich an seinen Tisch. Mein Pegel war noch überschaubar aber ein Bier war noch möglich. Nachdem er bestellt hatte erwischte er mich als ich auf seine Krücken starrte. Er grinste dann und sagte, hat der Tommy mitgehen lassen. Im Mittelmeer haben sie mir mein Schnellboot unterm Hintern weggeschossen und das Bein gleich mit. Für mich ist der Krieg vorbei und ich hab ja noch ein Bein. Erzähl mal Rudolf, was macht die glorreiche Panzerwaffe? Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd Juni 1943 Scheinbar hatte Fritz trotz des schweren Verlustes seines Beines noch sein munteres Wesen behalten. Ich konnte ihm hier auch nicht irgendwelche Halbwahrheiten erzählen und so begann ich mit den letzten zwölf Monaten im Osten. Der Vormarsch, die überdehnten Versorgungswege, die zäh kämpfenden Russen, das weite Land das nicht enden will, der Vorstoß bis zum Elbrus und dann der Winter. Ich erzählte von Kameraden die man verloren hat, neue die man fand und auch das ein Band der Kameradschaft ein so manches Mal aus dem schlimmsten Schlamassel herausgeholt hat. Ich erzählte von meinen Verwundungen und auch das mir schon ein Körperteil fehlen würde. Er unterbrach mich nicht, hörte zu, nickte hier und da zustimmend, schüttelte in den Kopf bei den haarsträubenden Angriffen die ich miterlebt hatte, nahm alles Gesagte in sich auf. So ganz anders als die anderen in der Heimat mit denen man sich unterhält. Zum Schluss erzählte ich noch die Geschichte von meinem Oberfeld, der wohl verrückt im Kopf in die Russen hineingrannt war. Entweder komplett durchgedreht mit Frontkoller oder einfach die Nase voll vom Leben. Da horchte Fritz auf, ließ mich aber die Geschichte beenden. Lang starrte er in sein Bier und überlegte. Dann kam die Frage, ob ich glaubte, dass der Oberfeld vielleicht übergelaufen wäre. Überlaufen, lachte ich die Frage weg, wer macht denn sowas? Damit würde man alles verraten, wofür wir die letzten Jahre gekämpft haben. Und auch die Gefallenen, die schon das höchste Gut auf dem Altar des Krieges geopfert hatten, wären dann umsonst gestorben. Nein, überlaufen, das konnte ich mir nicht vorstellen. Was sollte er denn da drüben machen beim Ivan, platzte es aus mir heraus. Im Russenpanzer sitzen? Fritz sagte dazu nichts und ich fing mich wieder. Doch etwas viel Bier, das reicht denn jetzt auch. Nun erzählte Fritz seine Kriegserlebnisse. Schnellboot ist er gefahren im Mittelmeer, ging immer gegen den Tommy. Am Anfang war das noch wirklich gut, man beherrschte Luft und See. Afrika hat viel Material haben wollen und sie haben dann die Konvois angegriffen, Minen gelegt und auch andere Dinge erledigt. Da muss man wohl ein Seemann sein, um das alles zu verstehen. Auch mal dem Engländer einfach so in die Suppe gespuckt. Schnell vor und ran, ordentlich Eisen gespuckt, Torpedos raus und dann bloß wieder weg. Die haben da richtig viele Dampfer in den Keller geschickt, erzählte Fritz. Fast so wie die U-Boot-Männer. Aber dann wurden die Überwasserstreitkräfte immer mehr und mit Malta hatten die auch immer mehr Flieger in der Luft. Dann eines Tages griffen sie mit drei Booten einen Konvoi an und der war mit britischen Zerstörern gesichert. Aus allen Rohren hätten sie gefeuert, wie die Wahnsinnigen, nur um dann weit genug heranzukommen. Aber gegen die Zerstörergeschütze hatten die Schnellboote dann auch kein Gegenmittel. Die Holzboote haben die einfach durchlöchert wie Schweizer Käse. Viele waren schon gefallen und Verwundete lagen an den Geschützen. Dann bekam die Brücke einen Volltreffer und der Alte wurde in 1000 Fetzen gerissen. Dann traf eine Grenate Fritz' Geschütz und dann aus. Als er aufwachte hatten ihn die Engländer schon aus dem Wasser gefischt und das was von seinem Bein noch über war abgebunden. Gut haben die sich um ihn gekümmert, da war nichts mehr mit Feind. Das sind eben auch Seeleute nur unter einer anderen Flagge meinte Fritz. Einen Tag später wurden die Schwerverwundeten auf einen Schlepper gegeben und zurück zum Stützpunkt der Kriegsmarine geschickt. Die wollten sich nicht mit uns belasten. Wir konnten ja eh nicht mehr kämpfen, meinte er. Die anderen Boote haben es noch zurück geschafft. Aber Fritz Einheil war weg. Acht Tote. Viele Verletzte. Und das von 21 Mann. Ja und nach der ganzen Lazarett Zeit ist nur noch der Stumpf über. Aber der Rest würde noch funktionieren, sagt er dann zu mir. Mit Fußball wäre es wohl auch vorbei, nur noch zuschauen. Er würde jetzt im Rathaus sitzen und sich selbst um die Kriegsversehrten kümmern. Also den Kampf mit Papier und Bleistift führen. Es wurde Zeit für mich zu gehen und Fritz kam noch ein Stück mit mir mit. Als wir draußen schon eine Weile gegangen waren fing Fritz nochmal an zu erzählen. Er erklärte mir wie sinnlos dieser Krieg wäre. All die Opfer und für was. Ich schaute mich um und stellte fest, dass wir alleine waren, denn sowas sollte man nicht laut aussprechen. Ich wollte auch nicht, dass Fritz Probleme bekam. Sicherlich zweifelt man ab und an, aber dann bekommt man neuen Mut und weiter geht es. Aber alles gleich verteufeln? Ich weiß nicht. Fritz hörte sich schon so an wie der Kamerad im Krankenhaus. Aber was war denn die Alternative? Wir haben ein Eid geleistet und das Reich wird schon wissen, wohin es gehen soll. Da sind schlaue Köpfe die alles geplant haben. Erstmal Stalin und dann Churchill. Dann kann uns keiner mehr was in Europa. Aber irgendwie hatte Fritz auch recht. Warum machen wir das eigentlich? Ich wollte aber nicht weiter darüber nachdenken. Ich war in der Heimat und ich wollte nur zu gut ruhen. Sie wartete schon auf mich und war auch nicht ungehalten über die späte Stunde. Wir verbrachten schöne Zeit miteinander und ich war glücklich und zufrieden. Die Tage waren angenehm und man merkte hier wirklich wenig vom Kriege. Ab und an Flugzeuge am Himmel und noch immer Erfolgsmeldungen im Radio. Man hatte das Gefühl nach 4 Jahren Krieg waren die Menschen noch immer voller Zuversicht, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Ich versuchte die politischen Gedanken und negativen Erzählungen auszublenden. Ich war zu Hause und fühlte mich wohl. Auch wenn meine Zeit zu Ende ging nutze ich doch jede Minute mit meiner teuren Gutruhen. Wir machten Ausflüge an die Küste und waren viel unterwegs. Ich vermiete es auch die Uniform zu tragen, ansonsten wurde man ja immer und überall in Gespräche verwickelt. Meine Mutter war nicht so glücklich, dass ich wieder zu meinen Kameraden sollte. Es sind schon so viele im Osten gefallen, sie möchte mich nicht verlieren. Ich erklärte dann zum wiederholten Male wie sicher es in einem Panzer wäre, hatte dabei aber immer die Totkameraden aus den Panzerwracks vor Augen. Das wollte ich ihr doch nicht erzählen. Der Abschied kam und ich verbrachte die letzte Nacht mit Gutruhen. Da kam das Gespräch auf Kinder und eine Familie gründen. Ich war immer der Meinung was der Herrgott will, das würde auch passieren. Gutruhen meinte aber auch, dass ich mich lieber zu Hause hätte, wenn wir eine Familie werden würden. Alles findet sich war mein Motto und auch das werden wir schaffen. Ich machte mich nachdem ich mich bei allen verabschiedet hatte, auf dem Weg nach Hamburg. Ich meldete mich an der Fronturlauberstelle und wurde schnell in einen Zug Richtung Osten verfrachtet. Viele Gedanken gingen mir durch den Kopf. Gutruhen, Familie, Kinder, die Bombardierung deutscher Städte, Fritz mit seinen Ansichten, alles Dinge die ich erstmal überdenken musste. Zeit hatte ich ja zum Nachdenken. Nur mit einem gut gefüllten Rucksack von Muttern war es im Zug nur halb so schlimm. Allerdings war die Rückfahrt bis nach Tscharkow recht abenteuerlich. Oftmals waren Züge umgeleitet und teilweise waren Schienen gesprengt worden. Partisanen wurden scheinbar immer aktiver an den Bahnstrecken. Vor dem Zug waren immer zwei Wagen mit Sandsäcken, falls da irgendwas Explosives an den Schienen hängen sollte. Auch schien mir, je weiter wie nach Osten kam, dass die Luftabwehr auf dem Zug weiter verdoppelt wurde. Als ich endlich in Tscharkow war wollte ich mich nach meiner Einheit durchfragen und meldete mich dort an der Sammelstelle. Ich bekam dort die Information, dass schon ein Teil meines Regimentes hier in Tscharkow wäre, der Rest aber in den nächsten Tagen nachziehen würde. Ich bekam ein Zettel auf dem Stand wo meine Einheit wäre und machte mich auf den Weg. Ein paar Stunden später hatte ich dann ein Paar unserer Fahrzeuge gefunden und meldete mich bei einem Zugführer zurück vom Heimaturlaub. Er meinte nur hier geht alles drunter und drüber und ich sollte erstmal hier bleiben. Die Panzer der ersten Abteilung stünden am Südrand von Tscharkow und da sollte ich hin und mich nützlich machen. Irgendwas war hier im Gange, wenn das ganze Regiment verlegt werden würde. Tscharkow war zu 70% zerstört. Hier hatten wirklich viele Männer ihr Leben gelassen und die Stadt wechselte mehrmals den Besitzer. Aber nun gehörte die Stadt uns, von hier aus sollte es dann wieder gen Osten gehen. Bald schon. Ich wurde dem Instandsetzungszug beigestellt und bereitete die neuen Wartungshallen mit vor. Werkzeuge und Maschinenteile wurden abgeladen und viele Kisten in den Ecken des Lagerhauses aufgestellt. Zwei Panzer kamen gleich rein, der eine mit Getriebeschaden und der andere mit einer defekten Turmhydraulik. Ich half mit wo ich konnte und am Abend wurde mir ein Quartier bei den Werkstattmännern zugewiesen. Hier konnte ich dann ein paar Tage mit an den Fahrzeugen arbeiten und ich war immer begeistert was man alles mit kleinen Hausmitteln reparieren konnte. Trotzdem fluchten die Männer immer über die komplizierte Technik, dass man es doch anders hätte machen können. Dann traf endlich der Rest vom Regiment ein und ich konnte wieder meinem alten Zug zugeteilt werden. Der nun schon beförderte Leutnant Kuchstein, also der Peter, begrüßte mich freudig und zeigte stolz seine Leutnantsklappen. Ich freute mich mit ihm und wir unterhielten uns über die letzten Tage. Der Russe drückte wieder hier und da aber alles nur mit halber Kraft. Mehr so ein Testen nach Weichen stellen in der Verteidigung. Er meinte es wäre eher als ob sich zwei Raubtiere belauern und hier und da schnellt mal eine Foto vor und zeigt die Krallen. Ich stellte mir das Bild vor und musste grinsen. Die Rosinante war noch in einem Stück und meine alte Besatzung begrüßte mich freudig. Zwei kleine Einsätze wären die Männer gefahren, war nicht viel los und der Ersatzrichtschütze hatte keinen Abschuss gemacht. Das wunderte mich und ich schnappte mir den Unteroffizier Hertog, der als Ersatz für mich im Panzer war. Entweder war er ein schlechter Schütze oder die Optik hatte einen Fehler. Er erzählte mir von den beiden Einsätzen im Frontbereich. Einmal sollte nur als Sicherung fungiert werden und dort gegen ein paar zu weit vorgestoßene Panzer. Zwei Panzer waren dann im Zuge der Operation erkannt worden und auf 1200 Meter gingen alle vier Schüsse nicht ins Ziel. Wir sprachen über das Anrichten und ob die Ziele schnell gefahren wären. Das wäre nicht der Fall gewesen. Die Rosinante sollte dann zum Waffenmeister um die Visierung zu prüfen, aber dann waren andere Fahrzeuge in der Instandsetzung und Rosinante musste wieder raus. Hier sollte ein Vorstoß von Panzern 3 flankierend unterstützt werden. Bei der anderen Feldpostnummer waren nun Radpanzer und Lkw gesichtet worden. Auch hier nach sechs Schüssen kein Treffer auf erkannte Ziele. Also kümmerte ich mich bei der Werkstatt darum, dass wir neu eingeschossen werden und am nächsten Tag ging es los. Nach dem Einschießen wurde auch bestätigt, dass die Optik nicht in Ordnung war, aber nun sollte es wieder funktionieren. Es war mittlerweile schon Mitte Juni geworden und wir lagen jetzt bei Merefa. Wir waren alle gespannt wann es losgehen würde. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd Juni 1943. Der Juni ging dem Ende entgegen und wir hatten alle Hände voll zu tun. Das ganze Regiment war nun aus dem Süden bis auf die Höhe von Tscharkow aufgerückt. Es war eine Art Verschnaufpause, denn Mensch und Material wurden geschont. Ersatzteile kamen und die Werkstattzüge hatten alle Hände voll zu tun um alle Panzer wieder flott zu bekommen. Auch mit Hausmitteln reparierte Teile wurden nun ausgebaut und durch neue ersetzt. Auch wurden die Züge aufgefüllt. Hier und da kam Panzer III mit der kurzen 7,5 cm Stummelkanone in die Abteilung. Wir nannten die Bulettenschmeißer. Aber man sollte die Maschinen nicht unterschätzen. Löcher können die auch machen und die Dreier sind das Korsett auf das wir uns stützen. Dann können wir Langrohre ungestört auf Distanz schießen. Es war ein reges Treiben aber das Wetter spielte nicht mit. Es regnete viel und die Straßen, wenn man sie denn so nennen konnte waren meistens Schlammstrecken. Trotzdem war es ziemlich ruhig, aber alle wussten, dass es bald wieder mit Schwung an den Feind gehen würde. Ich hatte nun schon ein paar Tage keinen Einsatz gefahren und die Langrohre waren auch in Reserve gehalten worden. Also mussten, wenn der Russe unruhig wurde, die Panzer III raus und für Ordnung sorgen. Ein Teil meiner Besatzung war auch noch im Fronturlaub bzw. auf dem Rückweg, denn bis zum 25. Juni sollten alle Urlauber zurück sein. Ich war bei Schmidt und wir sprachen über die Bombenangriffe auf Deutschland. Das schmeckte uns nicht. Aber was konnten wir hier daran ändern. Etwa später meldete ich mich bei Peter, er wollte mich sprechen. Ein Kübel stand vor seiner Unterkunft und wir sollten zusammen zu einer Pioniereinheit im Nachbarsektor fahren. Gesagt, getan. Trotz des sicheren Hinterlandes holte ich mir noch eine MP, sicher ist sicher. Wir machten uns auf über die schlechten Wege und Peter meinte, wir würden sicher eine Stunde brauchen. Es hatte auch endlich aufgehört zu regnen und wir fuhren an Kolonnen von Fahrzeugen vorbei. Überall Feldjäger die Wege und Kreuzungen sicherten und allerhand Fragen stellten, wenn man vorbei wollte. Aber die machten auch nur ihre Arbeit. Wieder mussten wir halten und warteten an einer Kreuzung bis eine lange Kolonne an Transportfahrzeugen vorbei gefahren war. Plötzlich ein Brummen über uns und als wir nach oben sahen flog sehr tief eine Me 109 über uns hinweg mit zwei Jax im Schlepptau. Die Me war wohl schon getroffen oder der Pilot verletzt. Auf jeden Fall schien er mit viel Mühe noch ausweiche Manöver zu fliegen. Neben uns die Feldjäger nahmen ihre Waffen auf und versuchten vergeblich auf die Russen zu schießen. Die waren viel zu schnell für uns. Die Me zog noch einmal richtig hoch und bekam noch einige Treffer in den Rumpf. Qualmend stieg das Flugzeug noch und dann sah man die Piloten aus der Kanzel springen. Er fiel und fiel und endlich löste sich der Fallschirm. Die Jax drehten ein und nun nahmen die den Piloten aufs Korn. Saubande. Aber sie waren zu spät. Der Schirm ging ein paar Kilometer weit weg in einem Ballstück runter. Der Feldwebel der Kettenhunde wollte schnell mit unserem Kübel dorthin den Piloten holen und Peter willigte natürlich ein. Also zwei Mann hinten rein und ab ging die wilde Fahrt. Mir gefiel das nicht. Der Wald sah nicht einladend aus, aber den Kameraden zu retten war Ehrensache. Ich fragte den Feldwebel was das hier für ein Gebiet wäre und er meinte so ganz sicher ist es hier nicht. Immer mal wieder Partisanen aber die sind nicht leicht zu erwischen. Wir rumpelten in die grobe Richtung in der wir den Fallschirm zuletzt gesehen hatten. Irgendwann kamen wir nicht weiter und mussten den Wagen stehen lassen. Ich mit der MP, die beiden Feldjäger mit MP und Gewehr und Peter nur mit seiner Pistole. Wie eine Räuberbande ging es in den dichten Wald. Tannenwald mit viel Unterholz und man kam nur schwer voran. Nach weiteren zehn Minuten konnte ich den Schirm im Baum sehen und hielt darauf zu. Ich machte Zeichen zu meinen Kameraden und der Unteroffizier der Feldjäger lief los und wollte wohl als erster bei dem Piloten sein. Das war ein Fehler, denn im Lauf wurde er zurückgeschleudert und fiel mit einer Schusswunde in der Brust auf den Rücken. Schweinerei wir alle sprangen in Deckung, wie der Partisan das Spiel kenne ich schon. Irgendwo hier war ein Schütze versteckt und wir hatten noch nicht mal Handgranaten dabei. Ich robbte weiter nach links um von der Seite einen Blick auf den Schirm zu erhaschen. Der Goldzeug hing noch da, die Mütze und ein paar Blutflecken konnte ich auch noch sehen. Ich schaute nochmal nach unserem Angeschossenen, doch es war alles zu spät. Er war schon tot und die anderen beiden lagen hinter einem Baumstamm in Deckung. Ich machte Zeichen, dass ich versuchen würde auf die andere Seite zu kommen. Peter schüttelte den Kopf aber ich koch los. Liegen bleiben und warten war hier keine Option. Die Burschen kennen den Wald besser als wir. Der Feld überschoss ein paar Gaben in die Richtung in der er den Schützen vermutete. Das lenkte ihn bestimmt ab und ich machte mich daran schneller zu robben. Nun sah ich auch eine Schleifspur, die haben den Piloten eingesackt. Also lebt er noch, sonst würden die ihn nicht mitnehmen. Ich koch weiter und nach weiteren 50 Metern, mir stand der Schweiß auf der Stirn, die Uniform war durchgenässt und meine Ellbogen taten weh, sah ich eine Mütze im Dickicht. Da saß der Hundesohn. Oder waren es zwei? Noch ein paar MG Gaben von meinen Kameraden ließen mir die Möglichkeit noch weiter vorzukriechen. Nun konnte ich die Pilotenstiefel sehen und einen Jungen, vielleicht 16 Jahre alt, der dem Flieger ein Messer in die Kehle hielt. Daneben ein Mann, möglicherweise seinen Vater, mit einem Gewehr in die andere Richtung zielend. Ich war nur knapp 15 Meter ran, aber mit der MP war es zu riskant. Ich könnte den Piloten treffen. Plötzlich brummte wieder ein Flugzeug im Tiefflug über den Wald und scheinbar lenkte das die beiden ab. Ich nahm all meinen Mut zusammen, sprang auf und rannte auf die beiden zu. In dem Lärm hörten die mich nicht und mit einem Satz war ich da, trat dem Jungen das Messer aus der Hand und legte auf den Gewehrschützen an. Der sah mich, verzog keine Mine und nahm sein Gewehr rum, um auf mich anzulegen. Ich zog durch und der Rückschlag ließ mich erzittern. Vier oder fünf Kugeln schlugen in den Mann ein und rissen ihn nach hinten. Das Gewehr flog hoch und er landete selber auf den Beinen des halb bewusstlosen Piloten. Der Junge. Der Junge hatte sich gefangen, nahm sein Messer und stürzte auf mich zu. Zu spät für die MP. Ich versuchte das Messer abzuwehren, aber bekam einen Schnitt in den linken Unterarm ab. Klein und flink und er wollte mich töten. Das sah ich in seinen Augen. Mittlerweile war Peter schon fast da und sah mich mit dem Knirps kämpfen. Der Junge war durch Peter abgelenkt und ich sprang nach vorn, rang ihm das Messer aus der Hand und stach zu. Ein röchelnder Schrei. Das war alles was aus dem Mund des Jungen kam. Er wollte was sagen, aber das Leben wich aus seinem Körper. Ich hielt das Messer noch umklammert, ich hatte wohl sein Herz getroffen. Dann erschlaffte der Körper und aus. Was hatte ich getan? Ich wollte das nicht. Aber in der Hitze des Kampfes? Ich weiß es nicht. Ich war entsetzt. Meine Hände voller Blut. Nun war es nur noch ein Junge. Kein Feind mehr. Er starb in meinen Armen. Das wollte ich nicht. Schon damals mit der jungen Frau. Ich setzte mich an die Seite, während Peter und der Kettenhund den Piloten versorgten. Dann kümmerten sie sich um meinen Arm. Das war kein tiefer Schnitt, aber es tat weh. Der Pilot hatte ein paar ordentliche Schläge mit dem Gewehrpolben abbekommen, aber er lebte und konnte auch noch berichten was passiert war. Er hatte mit seinen Kameraden an Angriff geflogen und dann bekam er Motorenprobleme. Da die eigene HKL nicht weit war, drehte er ab und wollte alleine zurückfliegen. Dann kamen die Russen und schossen ihn ab. Als er dann im Baum hing, waren gleich die beiden Partisanen da und schlugen ihn zusammen. Er war froh, dass wir ihn gerettet hatten. Peter sah, dass mir der Tod des Jungen zu schaffen machte. Er legte mir die Hand auf die Schulter und meinte, es wäre nicht anders gegangen, sonst würde ich jetzt hier in meinem Blute liegen. Das half mir auch nicht. Aber es waren Partisanen. Oder nur Russen die ihr Land verteidigten? Ich war durcheinander. Waren wir nicht im Recht? Wir hatten den Russen aufgehalten, bevor unser Deutschland zu überrennen versuchte. Nun musste er damit leben, dass wir sein Land nehmen. Oder war das nicht richtig? Das wollte nicht aus meinem Kopf. Peter riss mich dann aus meinen Gedanken. Ich sollte den Piloten mit unterhaken, denn mittlerweile hatte sich ein Schützenpanzer durch den Wald gewühlt und wartete auf uns. Den toten Offizier hatten sie schon eingeladen. Der Feldwebel war auch sichtlich mitgenommen. Der Tote, Gernot hieß er wohl, war ein guter Kamerad und war seit Polen dabei. Und nun vorbei. Wieder eine Mutter die weinen würde. Aber auch zwei Russenmütter die auch weinen würden. Verflucht sollen alte Partisanen sein. Ein Soldaten in Uniform, mit dem kann man kämpfen. Aber diese Zivilisten schmeckt mir alles nicht. Der Pilot wollte noch unsere Einheit wissen und Peter erzählte ihm wer wir waren. Nach einer Stunde saßen wir wieder im Kübel und weiter ging es zu den Pionieren. Dort gab es erstmal was zu futtern und ich wartete nachher beim Kübel auf Peter. Die Offiziere besprachen wohl das Vorgehen im Bereitschaftsraum, wo auch immer der sein möge. Noch hatten wir keine Informationen bekommen, aber das sollte wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. Nach weiteren zwei Stunden machten wir uns dann auf den Rückweg. Ich sprach nicht viel und Peter ließ mich schweigen. Als wir wieder in Merefa waren nahm ich meinen Kommandant zur Seite. Hör mal Rudolf meinte er zu mir, es ist eben Krieg und die wollen uns tot sehen. Heute hast du uns alle gerettet und den Piloten noch dazu. Wer weiß wie viele leben der Pilot jetzt noch rettet, dadurch dass er wieder fliegen kann. Und wie viele Lanzer jetzt nicht aus irgendeinem Wald beschossen werden. Alles, weil du die beiden ausgeschaltet hast. So geht die Rechnung. Alles andere bringt dich nur zum Nachdenken. Ich nahm es auf, aber ich wollte nun erstmal für mich sein. Aber alleine war es auch nicht gut. In meinem Quartier hatte ich noch eine halbe Flasche Rum, die musste erstmal herhalten. Ich ging zu Schmidt und wir suchten uns eine stille Örtlichkeit hinter einer alten Gaststätte. Schmidt hörte zu. Er nickte und ließ mich erzählen und hörte nur zu. Das war auch ganz gut so. Später leicht angetrunken kam ich dann auch in den Schlaf. Am nächsten Morgen hatte ich dann doch starke Kopfschmerzen. Aber es ging los. Wir verlegten. Alle machten sich fertig und mit Sack und Pack wurde die ganze Abteilung in Marsch gesetzt. Nun ging es tatsächlich los. Das Ziel war Borisovka. Tagebuch Ostfront. Heeresgruppe Süd. Vierte Panzerarmee. Juli 1943. Kursk. Der Weg nach Borisovka war beschwerlich, denn der Wettergott meinte es nicht gut mit uns. Es regnete wieder und die schon gut befahrbaren Straßen waren schnell wieder aufgeweicht. Es waren viele Fahrzeuge auf dem Weg und alle wühlten sich durch Schlamm und Dreck. Jede Stunde machten wir Halt um den Schlamm aus den Ketten zu holen und das Vorgelege sauber zu machen. Sicherlich wären wir auch so durchgekommen aber Peter wollte nicht bei einer so wichtigen Offensive mit Kettenschaden liegen bleiben und wir wären dann nur die Nachhut. Nein, wir wollten schon mit unserer Rosinante vorne mitmischen. Trotzdem dauerte es mehrere Tage bis wir endlich im Bereitstellungsraum angekommen waren. Es gab viele Besprechungen, wie die Kompanie und die Züge eingesetzt werden sollten. Der Panzerbestand war fast wieder auf Sollstärke und es mangelte weder an Kraftstoff noch an Munition. Man hatte das Gefühl, nun könnten wir durch die Russenfront schneiden wie ein heißes Messer durch die Butter. Es waren auch so viele Pioniere und Grenadiere in unserem Bereich, um die ersten Minenfelder zu beseitigen und die Erdbunker zu knacken. Alle waren euphorisch und auch ich ließ mich mitreißen. Nun sollte es klappen, wir waren den Russen überlegen, unsere Panzer waren besser, die Ausbildung war gut und unsere Frontkommandeure hatten schon Jahre der Russlanderfahrung in den Knochen. In dem ganzen Wirrwarr versuchte ich nochmal mit Schmidt zu sprechen, aber der hatte überhaupt keine Zeit. Ich erwischte ihn dann doch und wollte wissen ob er nun einen Angriff irgendwo mitfahren würde. Er erklärte mir, dass er nun zu einem mobilen Stabselement gehören würde. Also einen SPW und einen Funkwagen, der kurz hinter der kämpfenden Truppe nachrückte, um die Männer so schnell wie möglich im vorderen Bereich zu unterstützen. Das hatten wir 1941 schonmal und es hatte gut funktioniert. Wir wünschten uns gegenseitig Glück und versprachen uns in die Hand nach der Offensive in Kursk dann ordentlich einzuheben. Peter war ständig zur Lagebesprechung mit den Zugführern und Kompaniechefs. Uns wurde ein Angriffsbereich zugewiesen, in dem wir lagerabhängig eingesetzt werden sollten. Hier war Material aufgefahren wie ich es noch nie gesehen hatte. Auch konnte ich hier meinen ersten Panther bestaunen. Die gehörten wohl zur Panzerabteilung 51 und ich kam mit ein paar Pantherleuten ins Gespräch. Alles altgediente Panzerleute und mit der neuen Waffe schon gut vertraut. Ich bestaunte den Kollos. Schräge Panzerung, große Laufrollen, breite Ketten, ein imposantes Geschütz. Du meine Güte. Das Ding muss doch alles hinwegfegen, was uns entgegenkommt. Meine Augen leuchteten wie ein Kind zu Weihnachten. Rosinante war auch schon ein toller Panzer, aber der Panther? Das wäre was. Ich erinnere mich an den Spieß, der meinte, es würden Leute für die Pantherverbände gesucht. Nun ja eins nach dem anderen. Jetzt erstmal den Russen ordentlich verhauen. Wir waren bereit und voller Tatendrang. Allerdings ging die Offensive dann doch ohne uns los. Am 4. Juli färbte sich der Himmel schwarz, denn so viele Flugzeuge flogen über uns hinweg und verdunkelten den Tag. Wir hatten den Auftrag als gepanzerte Verbände hinter den Erdtruppen zu verharren, bis die Luftwaffe erkannte Ziele angegriffen hatte und die Artillerie ihren Segen in die Feindstellung geschleudert hatte. Dann waren die Erdtruppen dran, um den Pionieren Feuerschutz beim Räumen der Minengassen zu geben. Sobald diese frei waren, sollten wir vorstoßen und den ganzen Angriff nach vorne reißen. Diesmal nicht in der zweiten Reihe, sondern mit den anderen Verbänden als Speerspitze geballt gegen die Russenstellung. Ein Inferno aus Stahl und Rauch, Explosionen und Luft kämpfen. So begann die Offensive. Wir warteten im Panzer auf den Angriffsgefühl, aber es dauerte. Die ersten Verwundeten kamen zurück und man schnappte die ersten Meldungen auf. Minenfelder, schlechter Boden, Sumpf, Gräben, alle Hände voll zu tun für die Pioniere. Am 5. Juli griffen wir endlich mit an. Weiterhin schoss die Artillerie und in einem stetigen Ring kämpften die Jäger am Himmel und tanzten den Todestanz in den Wolken, bis einer vom Himmel fiel. So ging es den ganzen Tag. Vorrücken, Erdbunker beschießen, die Pioniere decken, die Infanterie nach vorne reißen und noch keine Feinpanzer zu sehen. Wir schossen die Russen aus ihren Löchern, Splitter trafen die Panzerung, Flugzeuge warfen ihre Bomben, Panzer fuhren auf Minen, wenn sie sich nicht an die geräumten Wege hielten. Wir waren bis zu einem Waldstück gekommen aus dem wir Packfeuer erhielten. Die Stellungen waren erkannt und wir schossen die Bande zusammen und neben uns tauchten dann noch zwei Panther auf. Zusammen fuhren wir gegen die Roten. Erdlöcher tauchten auf und der Funker ließ mit dem Bug-MG keine Verwundeten zurück. Da waren wir uns alle einig, jeder Russe der noch atmete konnte uns eine Mine aufs Heck werfen und das wollten wir nicht. Einschläge der Artillerie, Panzerbüchsen die am Turm schrampen, Packgeschosse die vorbeiflitzten. Die Hölle war über uns hereingebrochen, aber wir mussten weiter funktionieren. Nicht nachdenken, Kanone geladen, Verschluss zu, Zielansprache, Schießhalt, Feuer, Treffer, weiter. Der Panther rechts von uns wurde getroffen, fuhr aber weiter. Am Waldrand waren die Geschütze entweder zerstört oder aufgegeben worden. Die Russen türmten und wir schossen sie im Wald einfach nieder. Wir drehten ein und fuhren am Waldrand weiter. Die Grenadiere waren schon nachgerückt. Ein Panther übernahm die Spitze und nach weiteren 300 Metern sackte er im Sumpf ein. Na Prost Mahlzeit. Wir stellten uns an einen Erdhügel und gaben Deckung. Ein Knüppeldamm musste her, also wurde fieberhaft gearbeitet um durch diesen Bereich zu kommen. Zwei Panzer zogen den Panther wieder raus und in unserem Bereich wurde es langsam ruhiger. Eine kurze Verschnaufpause nur. Die Infanterie wurde über den unpassierbaren Bereich weiter vorgeschoben und sicherte den Abschnitt. Wir hatten uns zu zwei Drittel verschossen und Kraftstoff wurde auch schon knapp. Aber es dauerte nicht lange und die Versorgung rückte nach. Wir arbeiteten wie die Verrückten und Munitionierten auf. Kraftstoff wurde aufgefüllt und als der Knüppeldamm fertig war konnte es weitergehen. Der zweite Panther blieb mit Motorschaden liegen. Der andere mit dem Treffer an der Bugplatte der nicht durchgeschlagen war schloss sich uns an. Wir fuhren spitze und weiter ging es. Wenig Feindfeuer bis wir ein Dorf erreichten das verlassen schien. Wir hielten hier und warteten auf weitere Befehle. Hinter dem Dorf war noch ein breiter Bachlauf sicherlich zu schaffen, aber wir wollten auch hier nichts riskieren. Wir forderten Pioniere an um mit Brückengerät zu helfen. Aber Fehlanzeige die waren nicht greifbar. Also begannen wir mit Rosinante Bäume zu entwurzeln und mit den Panzern eine Überfahrt zu bauen. Nach einer Stunde hatten wir den Bachlauf, es mögen 10 Meter gewesen sein, so weit aufgefüllt dass wir drüber fahren konnten. Peter wollte zuerst drüber und in der Artilleriefeuer. Also hatten die Russen uns schon länger im Visier, konnten aber keine Panzer heranführen. Wir fuhren drüber und die Konstruktion hielt. Also ein Damm nicht aus Knüppeln, sondern aus Bäumen. Nachdem der Ari-Siegen vorüber war und wir die Panzer übergesetzt hatten waren die SPWs dran. Zwei wurden mit den Verwundeten beladen und zurückgeführt, die anderen drei blieben bei uns. Laut Aufklärung lag vor uns eine weitere Russenstellung mit eingegrabenen Panzern. Das hatte ich schon mal erlebt, nur die Türme schauten raus und die Wanne war nicht zu treffen. Wir rollten weiter und bekamen dann aus der Flanke Packbeschuss. Wir nahmen den Feuerkampf auf und die SPW rasten mit hoher Geschwindigkeit auf die Stellung zu und versuchten im Zickzack den Kanonieren der Russen das Zielen zu erschweren. Trotzdem bekam ein SPW ein Volltreffer und blieb brennend liegen. Mit Punktfeuer und Sprenggranaten mischten wir die Russen auf und eine Pack nach der anderen wurde zerstört. Wieder ging es weiter, wir durften hier nicht lange rumstehen, denn schon waren die roten Flieger da und versuchten uns auszuschalten. Diesmal war aber unsere Luftwaffe auch zur Stelle, schnell waren die Jäger da. Die hatten wohl ein paar Stukas begleitet und jetzt verjagten sie die Russen über unseren Köpfen. Zwei rote Flieger gingen brennend zu Boden, der Rest verschwand. Wir sahen dann noch die Stukas abkippen und ihre Bomben treffsicher auf Bodenziele werfen. Dort mussten wir hin. Man hatte das Gefühl, alle 100 Meter sitzt ein Russ in einem Loch und schießt auf uns. So viel Feindfeuer aus allen Richtungen hatte ich noch nicht erlebt. Aus dem Westen wurden weitere deutsche Panzer gemeldet und wir starteten ab um mit denen zusammen den nächsten Angriffskeil zu bilden. Panzer 4 lang und einige Panzer 3 kamen dazu. Die Kommandanten besprachen sich und anhand der Karten wurde die Stoßrichtung festgelegt. Feldstellung, wohl auch mit Minenfeldern und Erdbunker lagen vor uns. Also los und rauf auf die Anhöhe und man sah dann in der Ferne einige Rauchsäulen, also abgeschossene feindliche Panzer. Jetzt ging der Reigen richtig los. Wir verlegten weiter nach vorne und trafen auf weitere Panther, die im Feuerkampf mit T-34 gestanden hatten. Wir fuhren weiter vor und vor uns in einem Weizenfeld wurde Infanterie gemeldet. Wir sahen Gewehre und Stahlhelme die hochgehoben wurden, also eigene Truppen im Gefecht mit den Russen. Wir also wieder ran und rein in die Felder. Unerbittlich feuerten wir auf die Russen. Die wollten nicht weichen und ließen sich lieber überrollen als sich zu ergeben. Granate um Granate feuerte ich in die Feinde. Die MG spuckten unaufhörlich die Geschosse auf die Rotarmisten und wir taten unser blutiges Kriegshandwerk ohne nachzudenken. Die Granadiere waren froh, dass wir unterstützten. Nun ging es aber weiter. Die nächste Aufgabe wartete auf uns. Wir erkannten die Erdaufwürfe durch die Ferngläser und setzten mit den Pantern und den Vierern lang gut gezielte Treffer auf Bunker und getarnte Panzertürme. Hier hatten die eingegrabenen T-34 keine Chance. Wir schossen auf jeden Busch der nach einem Turm aussah. Jeder dritte Schuss traf entweder eine getarnte Kanone oder einen Panzerturm. Warum die nicht zurückschossen war mir nicht klar. Befehl vorzurollen kam und wir fuhren an. Und dann knallte es. Bestimmt zehn Geschütze oder Kanone öffneten auf einen Schlag das Feuer. Drei Panzer III und zwei Panther blieben gleich liegen. Wir rollten weiter. Wir hielten. Wir schossen. Wir rollten. Der Schweiß lief mir in die Augen. Pulverdampf war im Kampfraum. Splitter surrten durch die Gegend. Es hörte sich an als ob die Artillerie auch noch mit eingestiegen war. Dann ein lauter Knall und wir standen. Durch den Funk verlangte Peter eine Meldung. Kanone, Funk, Ladeschütze. Alles meldete sich nur der Fahrer nicht. Ich schaute nach unten und da lag er vorn übergebeugt in seinem Sitz. Ich rutschte nach links unten und dann sah ich das Malheur. Volltreffer auf den Seelschlitz. Nicht durchgeschlagen, aber die Splitter hatten ihn voll erwischt. Die Augen war nur noch eine blutige Masse. Aber wir konnten hier nicht abwarten. Ladeschütze und Kommandant zogen ihn nach oben und ich setzte mich auf den Fahrersitz. Viel sehen konnte ich durch den Winkel Spiegel nicht, aber es reichte um aus dem Schussfeld zu kommen. Ich rollte vor und nach 50 Metern kam ich an eine Senke in die ich gleich hineinfuhr. Jetzt war nur noch unser Turm zu sehen. Also ich wieder hoch in den Turm. Der bewusstlose Fahrer lag verbunden im Kampfraum. Ich ging an die Optik und nahm mir wieder Ziele vor. Mittlerweile waren auch zwei Fahrzeuge auf Minen gefahren, also Pioniere vor. Wir bekamen wieder einen Treffer am Turm, aber nur die Ohren klingelten, kein Durchschlag. Ich hatte die Kanone erkannt und nach zwei Schuss war auch da Ruhe. Pioniere wurden wieder nach vorne geworfen und als das Feindfeuer abebte, konnten die Männer unter Verlusten eine weitere Minengasse räumen. Die Panther und SPW gingen weiter vor und säuberten die Stellung der Russen. Wir holten unseren Fahrer heraus und warteten auf die Sannis. Ich versuchte ihn zu beruhigen, aber die Aussicht als Kriegsblinder nach Hause zu kommen war natürlich nicht schön. Wir begaben ihn dann an die Sannis und Peter gab durch, dass wir Treffer abbekommen hatten und dass wir einen Ersatzfahrer brauchten. Es wurde auch schon langsam dunkel. Wir würden hier warten bis Ersatzpersonal kam. Wir setzten uns dann hinter den Panzer und aßen unsere Feldration. Etwas warmes aus der Feldküche war nun ein Wunschtraum. Ich sah mir im Dämmerlicht noch die Schäden an. Ordentlich eingesteckt hatte die Rosinante schon, aber es ging trotzdem voran. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd 4. Panzerarmee Juli 1943 Kursk Nach einer unruhigen Nacht warteten wir noch immer auf Ersatz für unseren Fahrer. Mittlerweile war ein Werkstattzug eingetroffen und hantierte an der Blende für den Fahrer herum. Der Glasblock war gesplittert und ein Ersatzteil war nicht da. Die Blende wurde dann nur zugeschweißt und der Panzer konnte dann nur noch mit der Luke offen oder über die Winkelspiegel gefahren werden. Aber das sollte auch klappen meinte Peter. Gegen Mittag traf dann Nachschub ein und wir bekamen einen Ersatzfahrer. Ein junger Bursche mit dem Namen Lothar. Er hatte einen Kopfverband unter der Feldmütze und es stellte sich raus, dass ein Panzer gestern abgeschossen wurde und nur er und der Funker es überlebt hatten. Treffer im Turm und dort hat es alle zerrissen. Wenigstens geht es dann schnell, denkt man sich. Ein kurzer Blitz und dann Schluss. Trotz des Erlebten war Lothar ein Spaßvogel den man einfach mögen musste. Auch Peter musste immer über ihn schmunzeln wenn der irgendwelche Räuberpistolen erzählte. Wir waren wieder gefechtsbereit und setzten mit zwei weiteren instand gesetzten Fahrzeugen den Marsch fort. Wir kamen gut voran denn die Vorhut war schon ordentlich weit vorgestoßen und hatte das Tagesziel erreicht. Wir fuhren an Panzerwracks und zerstörten Packstellungen vorbei. Immer noch brennende Häuser wiesen uns den Weg. Zahlreiche tote Rotarmisten lagen in den Gräben und hier und da lag auch ein zerstörtes Flugzeug am Boden. Wir hörten auch Flugzeugmotoren und Artillerieeinschläge aber sehen konnte man nichts. Der Rauch wurde auch immer dichter und es war nachher schwer mehr als 300 Meter weit zu schauen. Wir hielten uns dann an die Spuren der Kameraden und folgten dem Kampfverband. Gegen Mittag kamen uns Verwundete auf einem LKW entgegen. Peter erkundigte sich wie es stehen würde und wir bekamen die Antwort, dass 5 Kilometer weiter eine Befehlsstelle stehen würde und dort könnten wir mehr erfahren. Wir rumpelten weiter und fanden den beweglichen Gefechtsstand in einem kleinen Waldstück untergestellt. Unsere drei Fahrzeuge wurden gleich in einen Frontabschnitt dirigiert, wo wir mit den langen 7-5ern unterstützen sollten. Das Gelände wurde immer schlechter und Lothar hatte Mühe den Panzer dort durchzubringen, aber auch das klappte. Wir schoben uns in die Flanke des Verbandes und die Spitze bestehend aus Pantern versuchte den Durchbruch durch die russische Linie. Nicht nur Pack und Bunker hatten die Roten hier aufgefahren, es wurden auch KW-2-Panzer gemeldet. Die hatte man lange nicht mehr gesehen und wir waren der Meinung, dass die einfach nicht fronttauglich waren und somit nicht mehr gegen uns eingesetzt wurden. Aber hier auf dem Weg nach Kursk haben die scheinbar alles aufgefahren. Als Flankendeckung rückten wir mit vor. Peter hatte den Kopf wieder aus der Luke rausgesteckt und suchte mit dem Fernglas Ziel. Ich hoffte, dass sein Schutzengel die Hand über seinen Döds halten würde, denn ich wollte ihn nicht verlieren. Dann tauchte er schnell ab und machte die Luke zu. KW-2 halb links wurde gemeldet. Ich schwenkte herum und nach kurzer Zeit hatte ich den Burschen im Zielstachel. Aber so einfach war das ja nun auch nicht. Auch die 7,5er konnte den Turm nicht durchschlagen. Also ich versuchte die Wanne anzuvisieren, die war aber zu tief in der Stellung. Peter gab mir Feuererlaubnis und ich nahm den Turm mittig. Die sollten ordentlich was auf die Ohren bekommen. Ich schoss und traf den Turm, aber kein Durchschlag. Nun hatte ich seine Aufmerksamkeit. Die 152mm Kanone war nicht so treffsicher, aber riskieren wollten wir auch nichts. Lothar zog an und wir rollten 100m weiter vor. Schieß halt und wieder verließ eine Granate das Rohr. Einschlag und wieder keine Wirkung. Die drehten den Turm noch immer, aber scheinbar hatten die Rotarmisten ein anderes Ziel im Auge. Wir rollten weiter und wegen des schlechten Geländes konnten wir keinen weiteren Schuss auf den Koloss setzen. Da muss wohl die Luftwaffe ran. Wir bekamen ein neues Angriffsziel Bunker voraus. Diese Bunker waren gut getarnt und die eingebauten Packgeschütze schickten den Tod in unsere Reihen. Mehrere Panzer waren schon getroffen, brannten oder hatten die Ketten abgeworfen. Da mussten wir hin. Peter gab Kommandos und wir fanden eine gute Stelle mit der wir nur den Turmpreis gaben. Es wurden Sprenggranaten geladen und ich sollte wenn möglich in die Bunker hineinfeuern. Die Kanone war gut justiert und auf 600m richtete ich an. Peter ließ mich machen und ich nahm mir Zeit. Ich zog ab und das Geschoss schlug in den Bunker ein, traf aber nur die Oberkante. Das hatten die Sträucher da auch gleich mitbekommen und ich konnte sehen wie das Rohr langsam in unsere Richtung schwenkte. Jetzt oder nie. Ich zielte nur einen gefühlten Millimeter tiefer und schoss. Die Granate flog in den Bunker und ein lauter Knall gefolgt von einer starken Explosion zeigte mir, dass dort nichts mehr war, was jetzt noch zurückschießen konnte. Dann kam Leben in die Stellung. Was auch immer neben dem Bunker gestanden hatte, rollte nun weg. Man sah nur Büsche und kleine Bäume umknicken. Ich rief Peter zu, dass dort einer Türmen wollte. Wir ruckten an und mit zwei Begleitpanzern gingen wir in Keilformation vor. Wir fuhren spitze und rollten unaufhaltsam auf die Stellung zu. Infanterie und MG-Feuer schlug uns entgegen, aber die Pack in dem Bereich war ausgeschaltet. Links neben uns fuhr noch ein Panzer 3, der abwechselnd die MG Stellung bekämpfte. Auf einmal ein lauter Knall und unser Panzer wurde durchgeschüttelt. Panzer links getroffen brüllte Peter. Schweigepack ging es mir durch den Kopf. Wir konnten nicht anhalten, weiter mit Höchstgeschwindigkeit. Lothar sollte weiter nach links steuern um den Gegner die Front zu zeigen. Wieder ein Abschuss und das ging nur knapp an uns vorbei. Feindpanzer voraus. Ich drehte ein, aber unser Nebenmann hatte den auch schon gesehen und schmetterte eine Granate auf das Fahrzeug. Ich konnte nur das Rohr erkennen und kein Turm. Egal. Ich visierte tief an und ich schoss. Treffer. Das Fahrzeug qualmte. Rotarmisten sprudelten aus dem Fahrzeug und starben sofort im zusammengefassten Feuer unserer Bug-MGs. Wir rollten weiter vor bis zum ersten Graben und dann hielten wir an. Wir hatten die Linie geknackt. Die Russen flohen und die nachgerückte Infanterie säuberte die Gräben. Nach 20 Minuten war der Bereich mehr oder weniger feindfrei und wir schauten nach dem Kameradenpanzer. Da war nichts mehr zu machen. Scheinbar Turmtreffer und die Munition hatte sich entzündet. Der Turm war abgerissen und der Panzer komplett ausgebrannt. Schweinerei wieder gute Männer verloren. Dann gingen wir uns die Stellung anschauen und ich sah zum ersten Mal ein russisches Sturmgeschütz mit der 122mm Kanone. Die knacken uns auch einfach weg mit dem Kaliber. Aber müssen auch dicht ran mit dem kurzen Rohr. Nun ja wir haben den erwischt. Wir untersuchten das Fahrzeug und ihn prägte mir die Schwachstellen ein. Die Panzerung war nicht so stark aber die Schrägung hatte den Vorteil des möglichen Ablenkens der Granate. Aber hier war das Geschoss unter der Blende eingeschlagen und scheinbar war so das Geschütz unbrauchbar geworden. Oder etwas im Fahrzeug hat sich entzündet. Auf jeden Fall Wirkung genug um die Panzermänner zum Aussteigen zu bewegen. Die lagen alle 30 Meter hinter dem Fahrzeug von unserem MG dahin gemäht. Weglaufen ist da keine Alternative. Das würde ich dann auch nicht versuchen wollen sollte ich mal in die Situation kommen. Wir machten uns auf den Weg und stießen hinter den Panthern weiter vor. Tagesziel war eine Ortschaft die wir dann auch gegen frühen Abend erreichten. Kleinere Gefechte gab es auf dem Weg aber die Panther voraus hatten da schon gut aufgeräumt. Hier war schon alles kurz und klein gebombt, die Luftwaffe hatte hier einiges erledigt. Wir bauten eine Sicherung auf, Spähfahrzeuge wurden vorgeschickt und Fliegersichttücher ausgebracht. Diesmal kam auch was warmes aus der Feldküche nach vorn, das klappt ja schonmal. Ist das Essen warm und gut fasst der Lanzer neuen Mut. Mit dem Spruch ging es immer gut weiter. Wir lachten an diesem Abend nicht viel, denn Peters guter Kamerad und Freund fand den Heldentod im Kameradenpanzer. Er wollte eher für sich sein und wir achteten das, wir ließen ihn in Ruhe. Neue Befehle trafen ein und wir sollten einen Tag in Ruhestellung bleiben, weil der gepanzerte Keil, der den Hauptstoß im mittleren Frontbereich durchführte, sich in den Verteidigungsanlagen festgefressen hatte. Trotzdem hatten wir auch am nächsten Tag wenig Ruhe, Nachschub kam, Infanterie und Pioniere zogen nach, die Luftwaffe war ständig unterwegs und schoss alles aus dem Himmel was einen roten Stern führte. Ich nahm mir die Zeit und schrieb wieder einige Zeilen auf, auch nahm ich mir meine Skizzen vor und malte etwas zur Entspannung. Peter kam später noch zu mir, wir sprachen über das Erlebte. Natürlich kam die Sprache auf den Panzer III, der heute neben uns abgeschossen wurde. Sie hatten die ersten Lehrgänge zusammen und kamen auch gleichzeitig ins Regiment. Klaus war sein Name, er war verheiratet und hatte schon zwei kleine Kinder. Sie hatten die Vereinbarung, dass wenn einer von ihnen fallen würde, der andere dann der Familie schreibt. Das war nun Peters Aufgabe und ich merkte, dass es ihm sehr schwer fallen würde, diese Zeilen zu schreiben. Aber das konnte ich ihm nicht abnehmen. In der Nacht waren die Nähmaschinen wieder unterwegs und warfen ihre Liebesgrüße aus dem Himmel. Wir waren nicht das Ziel, aber die hart rechts von uns untergezogenen Pioniere bekamen ein paar Bomben ab. Zwei Tote und sechs Verwundete war der Preis. Aber auch ein von den Doppeldenkern erwischte es. Er ging brennend zu Boden. Wenigstens etwas, da haben die wohl erstmal genug. Am nächsten Morgen waren wir von den nächtlichen Aktivitäten vollends erschöpft und der wenige Schlaf machte sich bemerkbar. Wir packten unsere Sachen zusammen und warteten auf die neuen Einsatzbefehle. Linke Flanke decken und mögliche Angriffe abwehren. Uns wurde ein Zug PSW zugeteilt, der immer tief in den Raum vorstoßen sollte und mögliche Widerstandslinien zu entdecken oder früher Angriffsabsichten zu erkennen. Wir rollten wieder an und weiter ging es. Leider hatten wir kein klares Lagebild oder wie es an anderen Stellen aussehen würde. Jetzt müsste Schmidt hier sein, dann wüssten wir sicherlich mehr. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd Vierte Panzerarmee Juli 1943 Kursk Wir standen schon Tage im Kampf und mittlerweile waren wir mit drei Kompanien am Feind. Der Munitionseinsatz war immens und wir waren froh immer genügend Nachschub zu bekommen. Allerdings war die uns zugewiesene MG Munition nicht gegurtet und wir mussten zwischen den Gefechten oder wenn wir mal ein paar Stunden Ruhe hatten selber gurten. Wir schworen uns nicht mehr so sorglos die MG einzusetzen sondern sparsam damit umzugehen. Die Kommandanten wurden eingewiesen und wir hatten den Auftrag bekommen über eine Anhöhe zu fahren um den Feindwiderstand zu sondieren. Unsere Kompanie sollte vorrollen und die beiden anderen vorerst sichern. Das war doch ein Himmelfahrtskommando aber sollte nun mal so sein. Peter war angespannt und wir rollten etwas unruhig den Hang hinauf. Oben waren schon Schützenpanzerwagen vorgefahren um das Vorfeld aufzuklären. Wir machten keinen Halt sondern rauschten über den Höhenrücken herüber da der Hang feindfrei gemeldet wurde. Es ging fast 3 Kilometer leicht bergab und man konnte einen Bachlauf in der Ferne erkennen. Nach der Karte war es die Pena und dahinter lag der Feind. Es war aber ängstigend still also kein Schuss fiel. Mit 5 Panzern rollten wir zügig vor und auf der Hälfte der Strecke bekamen wir dann ein heftiges und gut liegendes Artilleriefeuer. Aber wir kamen ohne Schäden durch, man hörte aber Unmengen von Splittern und Steinen am Turm abprallen. Das Artilleriefeuer erbte ab und wir waren auf 800 Meter an den Fluss heran. Das sollte reichen. Dann setzte Packfeuer ein und man konnte dazwischen das Feuern der Panzerkanonen von den Russen hören. Ein Waldstück lag noch einige Kilometer weiter rechts aber dort konnte man überhaupt nichts erkennen. Wir hatten nur den Auftrag den Gegner zu locken und uns dann Punkte im Gelände und die Feindstellung einzuprägen. Wir nahmen den Feuerkampf auf und schossen auf die Erkantenstellung. Trotzdem sollten wir nicht durchbrechen, dafür waren wir auch viel zu schwach und hatten nicht genug Rückendeckung. Aus dem Schießhalt verschossen wir ca. 20 Granaten und verlegten immer wieder in eine andere Schussposition. Jetzt ging es wieder zurück, unsere eigene Artillerie schoss Deckungsfeuer und wir sollten uns vom Gegner lösen. Zwei Treffer hatten wir schon abbekommen aber beide schlugen nicht durch. Langsam aber stetig rollten wir rückwärts den Hang wieder herauf und es gab Befehl zu nebeln. Dann ein lauter Knall und der Panzer stand. Motor war aus und die Elektrik war auch ausgefallen. Ich prüfte die Sicherung und fand schnell eine Defekte. Schnell ausgetauscht und Lothar brachte den Motor wieder zum Laufen. Wir nebelten und rollten weiter rückwärts. Einschläge neben uns aber scheinbar konnten die Roten uns nicht mehr sehen. Dann meldete Elfriede neben uns ein Kettentreffer und wir blieben beim Kameradenpanzer. Schnell waren die Männer aus dem Panzer heraus und in kürzester Zeit im eigenen Nebel unter Pack- und Mörserfeuer wurde die Kette wieder aufgelegt. Alle schafften es unbeschadet zurück in den Kampfraum und wir rollten weiter den Hang hinauf. Die Entfernung war für die Russen schon zu groß, denn auf 2500m waren die Packgeschosse für uns kaum noch gefährlich. Ein weiterer Panzer wurde lahm geschossen und nun waren wir dran. Wir sollten den abschleppen und los ging's. Schnell wurden die Stahlseile vorgelegt, die Ösen eingehängt und wie der Wind war der Panzer bereit abgeschleppt zu werden. Wir fuhren wieder an und zogen den Kameradenpanzer die Anhöhe hinauf. Wieder setzte Atelierfeuer ein, aber diesmal war es schlecht geschossen oder die Ari vermutete uns im Nebel woanders. Leider kam leichter Wind auf und der Nebel lichtete sich zunehmend. Wir waren nun auf der Höhe angekommen und zogen uns mitsamt dem angehängten Panzer in Deckung. Ab und zurück in die Ausgangsstellung, dort erstmal durchatmen und dann wurden unsere Beobachtungen zusammengetragen und mit den Kompaniechefs besprochen. Ein Angriffsplan mit Schwerpunktbildung wurde ausgearbeitet und wir sollten in einer Stunde angreifen. Luftunterstützung war nicht zu bekommen, die wurden woanders gebraucht, das was an eigener Artillerie da war konnte nur versuchen die Packstellung einzudecken, wenn wir schon gefährlich nah dran waren. Mir war nicht wohl bei dem Gedanken und ich hoffte, dass die Masse der drei Kompanien das Feuer verteilen würde. Wir hatten noch eine Stunde bis zum Angriff und bereiteten uns vor. Munition und Betriebsstoff wurden zugeführt. Ich schaute mir die Wellen an, eine in der Frontplatte und eine Schweißnaht war gerissen, eine in der Kanonenblende und eine neben dem Bug-MG. Unsere gute Panzerkiste hatte auch was abbekommen, aber unser Stahl hatte uns gut geschützt und wenn dort nicht noch schwere Kaliber stehen würden, dann wäre es zwar kein Spaziergang, aber doch ein harter Tanz. Keine Minen wurden gemeldet und so hofften wir, dass man bis zum Dorf durchbrechen könnte. Angriffsbeginn. Drei Kompanien sollten nach vorne geworfen werden, eine in Reserve und zwei als Stoßkeil. Wir hörten die eigene Artillerie schon Wirkungsfeuer schießen, Ziele waren übermittelt worden. Wir rollten über die Anhöhe und griffen an. Wie beim ersten Mal war es ruhig und kein Feindfeuer. Das kannten wir ja und die Russen Ari würde uns erst wieder in der Mitte des Hangs mit dem Feuerzauber empfangen. Ich hatte mir die Stelle eingeprägt und dann wie auf Bestellung ging es los. Der Kampfwagen rollte ohne Rücksicht durch das Sperrfeuer und wir bekamen mit, dass ein paar Wagen schon mit Treffern ausgefallen waren. Wir verkürzten die Entfernung und bei 1300 Meter wurde der erste Schießhalt befohlen. Ziele waren im Gedächtnis und ein Feuerschlag aus den versammelten Panzerkanonen schmettete Tod und Verderben in die Russenstellung. Vereinzelt wurden Packstellungen ausgemacht, die sich durch ihre Abschüsse verraten hatten. Hier wurde mit Sprenggranaten dem Spuk schneller ein Ende gemacht. Wir funktionierten wie Maschinen. Laden, richten, Feuer. Dreischuss. Vorrollen. Sich gegenseitig decken. Ziele bekämpfen. Feinstellung melden. Der Widerstand wurde stärker, aber wir hatten noch nichts abbekommen. Dann doch Treffer am Turm. Ein Kornfeld war da rechts wahrscheinlich mit Panzerbüchsenschützen gespickt. Wir schwenkten ein und rollten in das Feld. Nicht parallel zur Feindlinie, eher im 40 Grad Winkel. Ich sah keine Abschüsse, aber der Ladeschütze feuerte auf gut Glück ein paar Salben in das Kornfeld. Nun bekamen wir noch weitere Treffer ab, die aber nicht durchschlugen. Ein Panzerbüchsentrupp versuchte noch wegzukommen, aber wurde vom Nachbarpanzer in Fetzen geschossen. Der zweite Trupp sprang todesmutig in einen Graben und kam so aus unserem Feuerbereich heraus. Dann kletterten die auf unseren Panzer und mir wurde Angst und Bange. Peter wollte raus und ich hielt ihn zurück. Nur Sekunden später hörten wir MG-Kugeln am Turm Heck abprallen. Die Kameraden hinter uns hatten aufgepasst und die Banausen vom Turm geschossen. Jetzt wurde es langsam wirklich schwer an die Stellung heranzukommen. Lothar musste all sein Können aufbieten, um nicht in Bombentrichtern oder Panzersperren hängen zu bleiben. Die beiden Kompanien wühlten sich durch die weitläufigen Russenstellung durch. Gefährlich waren die eingegrabenen T-34. Wenn man die nicht ausschaltet drehten die ihn mit und feuerten einem in die Seite. Wir zerstörten Häuser und Bunker, zerschossen Packstellungen und scheuchten den Iwan aus seinen Löchern. Da kommen wir durch, dachte ich mir, Munition schon zur Hälfte verschossen und fast am Fluss angekommen. Dann kamen sie. 15 oder 16 T-34 brachen aus dem Waldstück hart links von uns aus der Deckung heraus und fuhren mit hoher Geschwindigkeit in unsere Flanke. Die Reservekompanie war mittlerweile nachgerückt und die griffen die Russen an. Wir unterstützten so gut wir konnten und ich wagte einige Schüsse auf 2000 Meter, aber Peter meinte wir sollten die Munition sparen und die anderen würden es schon schaffen. Die Feindpanzer erfuhren einen wilden Angriff und ich konnte es in Teilen mit ansehen. Die Panzer rammten sich gegenseitig oder schossen in voller Fahrt auf unsere Kompanie. Ich konnte mir einfach nicht erklären, wie man so schlecht seine Kampfkraft einsetzt. Es dauerte nicht länger als 30 Minuten und kein Russenpanzer war noch in einem Stück. Sicherlich hatten wir auch eigene Ausfälle, aber die Russenpanzer waren alle Totalverluste. Unsere Grenadiere sammelten die überlebenden Panzerleute der Roten ein und die qualmen Wracks nahmen uns die Sicht. Auf der anderen Uferseite wurde es dann lebendig. Hier auch wieder Stellung und ein Panzergraben. Jetzt preschten die anderen Kompanien vor und begannen von unserer Uferseite aus den Russen zu behaken. Der Bach war für uns doch zu breit und wir hofften auf Brückengerät um in der nächsten Stunde überzusetzen. Eine Verschnaufpause kam, als der letzte Feindwiderstand erstarb. Die Infanterie hatte schon den Bach bezwungen und konnte unter unserem Feuerschutz die Gräben der Russen aufrollen. Auch kamen noch ein paar Stukas in unseren Abschnitt und stürzten sich auf erkannte Ziele, die wir vom Bachlauf nicht erreichen konnten. Wir sicherten wieder den Bereich und stellten unsere Rosinante nahe in einer Ruine einer größeren Russenhütte ab. Wieder ordentlich Kratzer am Turm, aber alles noch heil. Die Freude war groß, als in der einsetzenden Dämmerung Teile des Stabes in ihren mobilen Gefechtsständen in der Nähe eintrafen und auch Schmidt dabei war. Ich freute mich und wir klopften uns ordentlich auf die Schultern. Ich hatte noch zu tun und wir wollten uns später noch mal sprechen. Nachdem die Rosinante soweit versorgt war und wir auch was gegessen hatten, ging ich noch zu den Kameraden, die uns die Russen vom Turm geschossen hatten. Der Funker war es gewesen, weil Kommandant und Richtschütze gerade andere Ziele bekämpften. Er sah die Burschen aus dem Graben hüpfen und mit Handgranaten unseren Panzer angehen. Er zog dann gleich durch, hatte wohl aber auch unsere Panzerkiste getroffen. Das war nicht so schlimm, aber ich wollte da doch nachher mal reinschauen. Ich bedankte mich artig und ging wieder zu meiner Besatzung zurück. Das ließ mir dann doch keine Ruhe. In der Kiste hatten wir alles verstaut was man so brauchen kann und wofür kein Platz im Panzer war. Leider waren drei Kugeln dort eingeschlagen, aber ich hatte mittlerweile gelernt meine Ersatzuniform nicht dort zu verpacken. Die Kiste konnte immer mal getroffen werden. Peter kam zu mir und ich zeigte ihm die Löcher. Wir schauten rein und eine Flasche Port hatte es erwischt und seine bessere Panzerjacke hatte zwei schöne Löcher im Stoff. Naja so schlimm war es nun auch nicht, aber die Jacke roch wie eine Hafenkneipe, da musste ich dann doch lachen. Diesmal zog sogar Flaggsicherung mit vor, um die Pioniere beim Brückenbau zu schützen. Die sollten die ganze Nacht durcharbeiten und am nächsten Morgen um 7 Uhr sollte es weitergehen. Ich traf mich noch mit Schmidt und wir erzählten was wir erlebt hatten. Er war immer dicht hinter dem Regimentskommandeur gewesen und es war schon ein paar Mal ganz schön knapp geworden. Einmal waren drei Panzer gemeldet die irgendwo durchgeschlüpft waren, aber der Stabszug hat mit seinen beiden Langrohren die gleich zurechtgewiesen nicht im Hinterland zu marodieren. Zwei Tiefliegerangriffe und einen Artillerieschlag hatten sie ohne Kratzer überstanden. Glück muss man eben haben. Über die ganz große Lage konnte er mir soweit nichts sagen, aber was er wusste war, dass es von Tag zu Tag langsamer voranging und die Ausfälle stiegen. Ich erzählte von den Pantern im Nachbarabschnitt und er erzählte von der Leibstandarte, die wohl unbarmherzig durch die stärksten Verteidigungsstellungsschnitt wie Moses durch das Rote Meer. Was für ein Vergleich!